Auf geht die Reise hoch, völlig falscher Fenster, ja, da sind wir doch, da sind wir doch, Hallihallöchen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu KNIFE, eurem Bundesliga-Fußball-Talk. Heute mal wieder mit Gast, wie ihr seht, einige Themen im Gepäck und wir haben gerade eben festgestellt, mit die schlechtesten Rückrundmannschaften haben sich hier zusammen getroffen. Leider haben wir keinen Hoffenheimer getroffen, hätten wir natürlich auch gerne eingeladen. Nee, wir konnten uns nicht entscheiden. Ja, ich sag, guck mal, ich tu ja immer so gegen Hoffenheim schießen, aber ich sag sogar wirklich, wenn es einen Hoffenheimer YouTuber oder irgendjemanden da draußen gibt, der Hoffenheim vertreten soll mal, das ist bestimmt ein interessanter Talk, ich meine ja nur, ist ja nur mal so. Auf jeden Fall wunderschön, dass schon die Ersten hier eingeschaltet haben, ich hab gerade schon gesehen im Chat, und Whistler und auch Lukas DePayne haben direkt ihre Subs verlängert, das ist natürlich auch wichtig und richtig, also ganz, ganz stark. Freunde, ich sag's nur auch schon mal, auch für YouTube im Nachhinein, zwei ganz wichtige Sachen zum einen. Seid unter den ersten 3000 Abonnenten dabei, es werden immer mehr, es ist total toll. Vielen lieben Dank für euren Support, für eure Kommentare, gerne ein Däumchen da oben da lassen und unbedingt den lieben Dennis auschecken, ist auch unten verlinkt natürlich. Hoffentlich verlinkst du ihn auch wirklich. Ja, natürlich, ich bin ja nicht so wie Felicio und vergesst das, also gar kein Thema, macht euch da gar keinen Stress und mit Sicherheit kann auch der ein oder andere, vielleicht haben wir auch ein paar Motz hier, die den Link von Dennis schon mal während des Streams reinschicken können, sonst mach ich das gleich, denn der liebe Dennis darf sich jetzt erstmal vorstellen, würde ich sagen, als unser Gast. Ja, erstmal Grüße Gott an alle zusammen aus Augsburg. Ja, ich bin Augsburger YouTuber, ich mache im Prinzip dasselbe wie Nico und Felicio für ihre Vereine. War ja hier schon mal zu Gast bei euch, da war bei der Nico nur im Standbild da, jetzt ist er auch in Farbe da und ja, ich freue mich einfach auf den Talk. Wie gesagt, für mich als Augsburger geht es natürlich jetzt leider um sehr viel auch noch am letzten Spieltag, haben wir jetzt so erstmal nicht erwartet, weil wir einen guten Vorsprung noch verspielt haben, viele Führungen verspielt haben, auch wie Nico schon gesagt hat, wir drei hier tatsächlich ironischerweise zur Rückrundentabelle mit die schwächsten Teams und ich mache schon gerade emotional eine schwierige Phase durch, wird es Felicio glaube ich noch schlimmer wie mir gehen. Ich habe es schon nach dem Dortmund-Spiel gesagt, nachdem ich gehört habe, dass Stuttgart gewonnen hat gegen Mainz, also ich war wirklich am Ende, also ich bin gerade so einfach sehr nah am Augsburger Team auch dran, an der Community und ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, dass das am Ende jetzt noch so karma-mäßig in die Hose geht für uns am letzten Spieltag, genau. Ja, dann auch von mir natürlich herzlich willkommen. Wir hatten ja schon mal einen sehr geilen, langen Talk, wo du eigentlich auch kürzer machen wolltest und dann haben wir doch länger gequatscht, so wie das immer ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es heute geklappt hat, dass Nico dann auch mal mit dabei ist und mal ein bisschen reden kann. Er wird ja immer als alter Augsburg-Hater verschrien, dabei ist er das natürlich nicht. Und nee, ich freue mich auf jeden Fall auf den Talk und ich finde es ja umso brisanter, das hätte ich jetzt auch gar nicht so erwartet, dass es noch so kommt, dass wir dann tatsächlich noch jemanden haben, der immer noch mittendrin im Abstiegskampf steckt. Und ja, was... Warte, 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 ich muss ganz kurz, ich habe erstmal Dennis Link gerade eben schon mal reingegraut im Chat, ganz wichtig nämlich, könnt ihr sehr gerne draufgehen und dem guten Herrn ein Follow-Dart lassen und wie gesagt, wird mit Sicherheit auch im Nachhinein unten bei YouTube dann stehen. Ey, ich freue mich sehr auf diesen Talk ohne Witz. Übrigens mit dem Augsburger, ich werde mittlerweile glaube ich gar nicht mehr so ganz als Hater da abgestempelt von Augsburg. Ich habe schon gesehen, es sind noch ein paar Augsburger ganz fröhlich gewesen mit meinen letzten Kommentaren, weil ich oftmals ja jetzt auch die Augsburger da gelobt hatte. Deswegen, das ist glaube ich mittlerweile sogar ein Stück besser geworden. Aber ich habe ja auch schon immer gesagt, Dennis ist auch ein super Augsburger Vertreter, extrem nett und mein Problem war ja nie mit Augsburg per se, sondern eher mit eurem Keeper, das weiß der Dennis ja auch. Genau, und ich möchte mich schon mal kurz bedanken. Whistler und auch Whistler und auch jetzt Michael haben gerade eben schon jeweils 100 Bits reingehauen und den Hypetrain losgelegt. Ich will nur schon mal vor dem Stream sagen, ey Freunde, erstmal vielen lieben Dank, dass ihr überhaupt einen Hypetrain hier gestartet habt. Knallt den gerne voll. Ich bedanke mich im Anschluss, also im Laufe, also nach dem Stream dann bei allen natürlich nochmal. Nur, dass wir halt frei reden können im flüssigen Verlauf sind sozusagen, dass ihr da nur einmal Bescheid wüsst. Und ich habe gerade eben schon direkt gemerkt, Whistler wollte sofort loslegen, wie ihr ja festgestellt habt. Er hat, glaube ich, den ganzen Fragenkatalog geschrieben und deswegen würde ich sagen, gebe ich das Wort jetzt trotzdem erstmal an Dennis. Ha! Ausgekriegst. So nämlich. Dennis, erzähl mal gerade kurz, hättest du gedacht, dass Augsburg am Ende nochmal so mit reinrutscht, also dass jetzt am letzten Spieltag noch Spannung da ist und dann darf natürlich auch der Whistler seinen Fragenkatalog auspacken? Also mehr oder weniger habe ich schon ein bisschen Befürchtung gehabt, dass wir noch reinrutschen können, weil ich ja unsere Spiele immer auch verfolge. Ich habe jedes Spiel ja komplett gesehen und ich war nie so von unserer, wir haben kein Spiel mit über einem Tor gewonnen die ganze Saison, das ist nur ein Beispiel. Es war immer sehr eng bei uns, auch wenn wir Spiele gewonnen haben. Wir haben keine Mannschaft jetzt mal völlig so reingedrückt und dominiert geschlagen. Es waren immer enge Dinger. Und ich habe dann auch auf YouTube so gesehen bei vielen Creators, dass sie uns gar nicht mehr in diesen Abstiegskampf-Talks eingepackt haben. Zum Beispiel ich selber habe uns immer im Abstiegskampf noch gesehen, weil ich wusste, dass wir Probleme haben, einfach Spiele souverän zu gewinnen. Also jedes Spiel, egal gegen wen, ob gegen die Hertha, ein Beispiel auch, wo mir enorm viel Sorgen gemacht hat. Wir haben zum Beispiel gegen Hertha nichts gegen Felicio, aber wir haben gegen Hertha, Stuttgart und Bochum nur einen Punkt aus sechs Spielen geholt. Das spricht ja für sich, gerade direkte Duelle haben wir extrem Probleme gehabt, schon in der Vergangenheit, aber dieses Jahr auch. Und dementsprechend war ich schon darauf vorbereitet, dass wir noch reinrutschen können. Und auswärts haben wir seit der Hinrunde gegen Schalke, ich weiß gar nicht, welcher Spieltag das mal war, vielleicht kann es mir jemanden im Chat hier schreiben, Grüß ja noch an alle Augsburger. Das ist ewig her und wenn du auswärts einfach nicht Spiele gewinnst, da noch diese immer engen Nummern, auch Nico, du erinnerst dich an unser Duell bestimmt noch in der Rückrunde. Du, ihr müsst in der Halbzeit da 2-0 führen, wenn wir ehrlich sind. Da habt ihr Großchancen verballert, das war ja wirklich der Wahnsinn und am Ende gewinnen wir wieder. Und dementsprechend, weil ich unsere Auftritte gesehen habe, habe ich schon immer das Gefühl gehabt, dass wir nie wirklich raus waren. Und das Karma kam so ein bisschen, was mir auch Sorgen gemacht hat. Wir haben 23 Punkte nach Führung verspielt. Leute, das ist zu viel. Das ist zu viel. Ich bin ja auch so ein sehr abergläubischer Mensch und in der Richtung, wenn man, ich habe gerade ein bisschen Angst vor so ein gewisses Karma. Bochum gewinnt, also holt einen Punkt in Berlin in der letzten Sekunde, hat jetzt die Chance, am letzten Spieltag dadurch auch erst zu überholen. Und wir vergeigen oft Spiele in der letzten Sekunde. Und das macht mir schon jetzt wirklich auch Sorgen, was den letzten Spieltag angeht. Und ja, ich habe schon immer so ein bisschen Angst gehabt, dass wir noch reinrutschen. Habe aber eigentlich, wenn ich es so wirklich nicht glauben wollen, aber es ist jetzt passiert und damit müssen wir jetzt umgehen. Und ich bin nervös. Ich bin wirklich nervös jetzt. Also, weil jetzt gerade auch einer in den Chat die Frage gestellt hat, ihr könnt ja nur absteigen bei eigener Niederlage. Ja. Und ja, bei Unentschieden geht es ja nicht, weil Bochum ja die deutlich schlechtere Tordifferenz hat. Also ihr könnt in die Relegation kommen, wenn Bochum gewinnt und ihr verliert und Stuttgart gewinnt. Oder wenn alle drei gewinnen sollten, dann könntet ihr, nein, das geht auch nicht mehr, weil die Schalker auch so eine viel schlechtere Tordifferenz haben. Also eigentlich könnte nur noch das Horror-Szenario Stuttgart und Bochum gewinnen und ihr verliert in Gladbach. Richtig. Das ist das einzige Szenario, wo ihr nochmal in die Relegation kommt. Richtig. Es gibt kein anderes Szenario, aber ihr kennt den Fußball. Schaut euch mal bitte die ganze Saison mal an, was ist wirklich teilweise heftig, komische Ergebnisse, wo man null mit rechnet. Und irgendwie schreibt doch der Fußball an so Geschichten. Ich glaube, das wird eng bleiben bis zur letzten, in den letzten Minuten ist glaube ich irgendwie noch nichts entschieden, habe ich das Gefühl. Wir werden in Gladbach wahrscheinlich ein enges Spiel haben, weil wir kein Spiel dieses Jahr irgendwie hoch gewonnen haben. Es ist immer eng bei uns. Wenn wir im Spiel drin sind, wird es bis zur letzten Sekunde eng. Wenn wir führen, gut, uns reicht ja ein Unentschieden. Wenn es Unentschieden steht, neigen wir dazu, auch zu schwimmen und uns einigeln zu lassen und dann kassieren wir auf das Tor. Ich werde einen Herzinfarkt kriegen. Irgendwie, also ich sage, die Chance ist bei 25 Prozent, dass noch irgendwie jetzt tatsächlich das Szenario passiert, dass Bochum Leverkusen schlägt und Stuttgart gehe ich stark von aus, dass sie Hoffenheim schlagen. Damit rechne ich. Und wir als Augsburger sollten jetzt überhaupt nicht nach Stuttgart und Bochum gucken, weil wir müssten einfach nur einen Punkt holen. Nur, ich habe wirklich gerade unsere Auswärtsauftritte, boah, ich habe wirklich so, man hat einfach eine Angst. Es ist ein Respekt da und ich hoffe einfach, dass es nicht schief geht. Ja, ich kenne das Ganze ja auch noch mit Negativtrends vor allen Dingen. Vor zwei Jahren sind wir mit einem absoluten Negativtrend abgestiegen damals und waren eigentlich zehn Spieltage vor Ende durch. Also alle haben gesagt, Bremen ist durch. Deswegen war es gerade wie so ein Déjà-vu, wo du gesagt hast. Viele haben gesagt, man ist durch. Ich fühle da so ein Stück weit mit, weil ich hätte damals selber auch nicht übrigens damit gerechnet, dass es in so einem Maße nochmal geht. Wir hatten übrigens auch für die Leute, die gerade zugucken, vor dem Talk mal ganz kurz auch schon mal drüber gesprochen gehabt. Wir haben es ja auch gerade schon mal angedeutet gehabt, die Form. Jetzt überlegt euch mal, nur mal von der Formtabelle her, ist Augsburg sogar vor Werder in den vier von fünf vergleichen. Also letzten fünf Spiele, zehn Spiele, 15, 20 ist Augsburg vor Werder 16, 17 sowas. Wir sind auf 17, Augsburg dann 16 mal 15, Hertha 18. Ich sage ja, wir sitzen hier wirklich zusammen mit einem absoluten Negativlauf. Wir, also ich nehme jetzt mal Werder, können uns nur in dem Sinne gerade ja rausnehmen, weil wir so extrem von dieser Hinrunde profitiert haben. Sonst würden wir jetzt hier genauso sitzen und sagen, boah, am letzten Spieltag ist es immer noch möglich abzusteigen. Es ist schon schlimm genug gewesen, dass bis zum vorletzten Spieltag man da mitleiden musste, nach dieser tollen Hinrunde. Und ich sage immer übrigens, wenn ich Hinrunde sage, meine ich vor der Winterpause, weil 2023 war komplett scheiße für uns. Das zähle ich so praktisch mit, weil das kennen wir ja alle. Also bei uns waren es auf jeden Fall zwei verschiedene Jahre und es ist sehr, sehr krass, wie sich das alles entwickelt hat. Natürlich, da brauchen wir auch nicht drüber reden, verliest du jetzt hier gerade die beschissenste Situation. Aber das ist absolut, ja, nervenzerrend, sage ich mal. Gerade wenn man es dann eben bis zum Ende noch nicht sicher weiß. Ich habe mit Felicia auch drüber gesprochen. Ich kann ja Felicia gleich auch nochmal was sagen. Es ist auch ein Unterschied zwischen, du bist faktisch abgestiegen, also du glaubst, du steigst ab und du weißt es. Also dieser Moment, wo du dann weißt, jetzt bist du abgestiegen und der Moment davor, wo du immer glaubst, aber immer noch einen, vielleicht einen Funken Hoffnung hast. Und dann eben diese Hoffnung, ehrlich, das ist dieser Moment, wo du dann das erstmal auch verarbeiten musst. Also das zerrt deine Nerven. Bei mir war das, da habe ich hier wirklich, es ging wochenlang noch. Vor allen Dingen, weil wir hatten ja gar keine Kaderplanung. Wir dachten ja wirklich, wir steigen nicht ab. Also wir mussten alles umwerfen. Wir haben unsere Kaderplanung gegen bis zum Deadline-Day in der zweiten Liga. Und das, obwohl wir früher angefangen haben. Ich glaube, zwei Wochen vorher ist es der zweite Liga. Wie mal darum. Wahnsinn. Deswegen, ich kann das alles super verstehen. Es ist enorm schwer. Also wenn ich da reinhacke, ich, gerade jetzt als Creator, ich habe auch ein bisschen das Glück, dass ich an den Jungs, an den Spielern auch einfach mal ein bisschen mit denen spreche. Ich habe das Gefühl, ich bin so nah dran wie noch nie auch emotional an dem Verein. Ich glaube, euch geht es ja auch so. Also du steckst da so tief drin. Das ist wie dein Leben jedes Wochenende. Und du machst dir da wirklich Sorgen, dass jetzt etwas passiert, mit dem du einfach, das wäre für mich ein Horrorszenario. Und ich habe jetzt diese emotionale Achterbahn. Ich bin auch ein richtiger Kopfmensch. Ich bin auch viel zu viel verkopft teilweise. Ich habe mit Leuten in der Arbeit gesprochen. Ich hatte so ein emotionales Spiel für mich. Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, dass Stuttgart in Mainz erstmal gewinnt. Das war ja für uns schon mal richtig scheiße an dem Tag. Ich habe beide Spiele gestreamt. Und dann war ich schon mal so erstmal im Loch, weil man davon ausgehen muss, du verlierst gegen Dortmund. Und ich wusste, wir haben ein Endspiel jetzt am letzten Spieltag. Dann hast du privat diesen Content. Das macht dir so viel Spaß. Du bist so dankbar, dass so viele Augsburger bei dir den Content schauen, auch außerhalb der Liga so ein paar Team kriegst. Du freust dich einerseits, dass das so gut bei mir privat läuft, dieses Streamen. Aber andererseits machst du dir so eine Höllensorge um deinen Club gerade. Und das musst du alles so verarbeiten. Und ich bin gerade wirklich, die Woche ist für mich extrem schwierig. Ich möchte am liebsten, dass es morgen Samstag ist und wir einfach dieses, ich sage es mal auf gut Deutsch, Scheißspiel gegen Gladbach einfach hinter uns bringen und den Punkt holen. Also ich bin wirklich durch. Und ich weiß nicht, darum frage ich jetzt gleich mal Felicio. Nico hat es ja auch schon erfahren und ein bisschen geschildert. Bei euch war es ja jetzt relativ klar am Ende. Aber es gab ja auch eine Phase, wo es noch mehr Hoffnung ging. War es bei dir dann auch so, dass du die ganze Woche so extrem verkopft wirklich bist? Du bist eigentlich nur noch im FC Augsburg, also bei Hertha warst du im Kopf? Ja, ich war mehr bei Hertha als bei Augsburg, aber ja, ich weiß ja, was du meinst. Ja, klar. Also ich kann nur sagen, das ist vielleicht jetzt unter uns dreien gut nachvollziehbar. Für manchen außen vielleicht nicht, dass es wirklich nochmal krass ist, obwohl man so ein Herzblut-Fan ja immer schon war. Wenn du jeden Tag dazu Videos machst, wirst du irgendwie, ich kann das gar nicht beschreiben, das ist, du bist fast schon zu doll in einem Film. Und gerade wenn es negativ ist, dass du dich gar nicht mehr ablenken kannst. Also vorher konnte man sich irgendwie noch ablenken, dann hast du dich halt erstmal versucht, bis Samstag nicht so viel damit auseinanderzusetzen. Hast vielleicht hier und da mal irgendwie einen Bericht gelesen oder so. Aber wenn du den halben Tag damit verbringst oder bei mir ja den ganzen Tag teilweise, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen. Mir ging es eigentlich schon die ganze Rückrunde irgendwie so. Und ich kann noch dazu sagen, das wird dir jetzt nicht helfen, aber vielleicht hilft es dir doch ein bisschen. Denn bei uns war ja schon von Anfang an klar, dass wenn wir absteigen, wir ganz große Probleme mit der Lizenz bekommen. Und ich meine, zweite Liga, das habe ich mir schon die ganze Zeit so gesagt, ja will ich auch nicht, ist klar. Aber solange wir die Lizenz kriegen, ist alles gut. Da gibt es, es ist jetzt schön geredet, aber man braucht sich da nicht so die Sorgen machen. Weil ins Stadion gehen kann teilweise sogar manchmal mehr Spaß machen, wenn ich sehe, welche Vereine da sind. Ob das Nürnberg, Magdeburg, Kaiserslautern, St. Pauli, vielleicht HSV, je nachdem wer halt noch absteigt. Düsseldorf, Rostock, also diese ganzen Vereine, da ist ja trotzdem so ein Hannover. Da hast du so große Vereine unten drin, dass das mir eigentlich gar nicht mehr so eine Sorgen gemacht hat und die Angst genommen hat. Ich habe einfach nur diese existenzielle Angst die ganze Zeit gehabt und auch noch weiterhin natürlich um meinen Klub, dass der komplett am Ende ist. Das wäre ja bei euch jetzt nicht der Fall. Vielleicht kann dir das ein bisschen Mut machen. Natürlich muss man sich auch mal die Gedanken machen, zweite Liga, jetzt bei Schalke und bei Bremen hat es geklappt. Aber es ist halt nicht mehr so klar, dass wenn ein Absteiger runtergeht, dass der direkt das nächste Jahr wieder hochgeht. Man sieht es nicht nur am HSV, sondern man sieht es an Nürnberg, man sieht es an Bielefeld, man sieht es an Hannover. Düsseldorf hat ja auch eine Zeit in der Bundesliga gespielt. Es ist einfach ein anderes Niveau in der zweiten Liga als die beiden Abstiege, die ich in meinem Fan-Dasein miterlebt habe, 2010 und 2012. Wo wir auch mit einer Cheat-Mannschaft eigentlich in der zweiten Liga waren, wenn man ehrlich ist, mit Raphael und Ramos und so. Also ich kann deine Angst absolut nachvollziehen, auch dass man sich da ein bisschen zu viel reinsteigert dann manchmal. Aber am Ende ist man ja eh immer Fan und man kann auch eine zweite Liga natürlich genießen, wenngleich man sich natürlich immer wünscht, in der obersten Liga zu spielen. Aber zweite Liga klingt einfach gegen vierte Liga noch sehr, sehr verlockend. Das verstehe ich wiederum. Das ist ja bei euch wirklich, ihr seid ja wirklich ein Extrembeispiel gerade. Also ich habe da auch total mitgefühlt, auch meinen ganzen Talks, wo ich gemacht habe, habe gesagt, Leute, lasst die Berliner, die haben jetzt ihre Retour-Kutsche bekommen, da noch immer drauf treten. Man tritt allgemein nicht immer drauf, gerade wenn jemand am Boden ist, dann ist er auch wieder gut, dann muss man es auch mal gut sein lassen. Aber ja, es ist einfach ein Druckspiel. Das hatte ich so gefühlt lang nicht mehr, dass ich so extrem drin bin. Und ich habe Relegation, weiß nicht, oder da bin ich wirklich, weiß nicht, wie ich das aushalten würde. Aber ja, letzten Endes ist die Lage ja bei uns immer noch, wie gesagt, gut. Und gerade mit der zweiten Liga, wenn wir gerade jetzt dabei waren, bin ich komplett bei dir. Ich glaube, der Wiederaufstieg ist enorm schwer. Also Nico kann ja echt froh sein, dass dann mit dem Ole Werner dann dieser Lauf noch kam, auch hinten aus. Dadurch kam ja der Aufstieg dann. Aber bei der zweiten Liga ist ein bisschen das Problem. A, richtig gute Teams, Traditionslieb. Schaut euch mal, Nürnberg ist mit Aufstiegsambitionen reingegangen. Das ja kämpft ums Überleben. Und dann kommen immer, jedes Jahr in der zweiten Liga gibt es hier Teams in der zweiten Liga, wo du wirklich nicht mit rechnest, die total überperformen. Jetzt ziehe Darmstadt 98, Heidenheim. Und sprich, eigentlich habe ich immer gesagt, bis in der zweiten Liga musst du fast damit rechnen, dass einer dieser Teams, wo du eher sagst, oh, die gehören eigentlich so nicht hoch, wird einer dabei sein. Und dann hast du die zwei, drei, die wirklich beißen und HSV jetzt seit Jahren. Also es ist nicht einfach, da wieder hochzukommen. Man muss sich dann schon auch vielleicht damit abfinden, dass es dauern kann. Dir aber, wir drücken da die Daumen, die Liga ist nicht schlecht. Also die Liga hat auf jeden Fall ihren Charme. Da sind unfassbar geile Teams drin, wenn man so kreises Lauter nur denkt. Hamburg-Kannover. Hattet ihr schon mal Relegation? Als Erstligist nicht, aber als Zweitligist hatten wir mal gegen den ersten FCN. Aber in der ersten Liga waren wir noch nie auf 16. Okay. Aber ich sage euch ehrlich, also ich finde, dass wenn du absteigst, musst du dir das Ziel setzen, direkt wieder aufzusteigen und auch alles dafür tun. Weil das ist das Jahr, wo du immer noch ein Stück weit was aus der ersten Liga mitnimmst. Egal in welcher Form. Du bist auf einem spielerisch anderen Niveau. Selbst deine Ergänzungsspieler sind technisch meistens so, dass die in der zweiten Liga technisch absolut mehr als nur mithalten können, sondern eher vorne vorangehen. Das Kämpferische, das ist das Problem. Das war bei uns auch das Problem. Und unser großes Problem war, wir waren überhaupt nicht eingespielt. Überleg mal. Erster Spieltag waren Maxi Eggestein, Sergeant. Die waren alle da auf dem Platz. Die sind nach dem Spiel gegen Düsseldorf, ist glaube ich als erstes Eggestein gegangen. Und noch eine Woche später Sergeant. Also das waren Sachen, wo du gedacht hast, ey, was geht hier ab? Dann kam das Friedel-Gerücht, wo der auf einmal nicht spielen konnte. Wo wir alle dachten, hä? Wo er sich dann im Nachtrag auch entschuldigt hat für. Da praktisch, ja, wie so eine Art, ja, ich kann jetzt nicht spielen, weil Angst vor Verletzung mäßig. Aber das Ding will ich gar nicht groß aufmachen, weil das war, der hat sich da auch entschuldigt und weiß auch, dass er sich falsch verhalten hatte. Das ist dann am Ende eine kleinere Nummer geworden, Gott sei Dank. Weil er eine fantastische Zweitligasaison gespielt hat. Dennoch ist es so, dass mir zum Beispiel sehr, sehr lange krass auf den Sack gegangen ist. Deswegen war ich auch gerade so direkt wieder dieses, ich habe diese Erinnerung dann wieder direkt gehabt, also dass es mich so angepisst hat. Wir haben wirklich den, ey, ich weiß gar nicht immer wie viele Spieler, das gefühlt über ein halbes Jahr gesagt, Wiederaufbau vor Wiederaufstieg. Das war der schlimmste Satz, den wir hätten sagen können. Wir haben den alle selber immer nachgesprochen. Und wir haben immer das dann, du warst, das hat dich so in der Psyche verankert, dass man selber mal gesagt hat, ja, aber Wiederaufbau ist ja auch wichtig. Der Wiederaufbau war auch wichtig, das ist richtig. Nur das Problem war, wir haben diesen Satz auch als Ausrede benutzt. Und das ist das Problem, wenn du dir Ziele setzt und sagst, du verlierst jetzt ein Spiel und rückst immer weiter weg von den Aufstiegsplätzen, bist dann Platz 10 oder sowas, verlierst wieder und sagst dann, ja, aber es geht ja auch um den Wiederaufbau und nicht um den Wiederaufstieg, dann hast du das auch gleichzeitig als eine Ausrede. Also du hast dir selber eine Ausrede geschaffen, die du auf alles legen kannst. Und so wurde dieser Satz immer wieder formuliert. Markus Anfang hat immer wieder damals so nach außen auch getragen, ja, die Fans haben noch eine zu hohe Erwartung und ihr müsst das mal senken. Auch in der Doku war ja eine Szene, wo dann Anfang zu Bauern und Fritz gesagt hat, ey, ich glaube, die Leute haben einfach noch viel zu hohe Erwartungen, wo ich mir eigentlich erhofft habe, dass die intern sagen, ey, hau auf den Tisch, wir wollen aufsteigen. Nach außen kannst du das sagen, um halt die Leute vielleicht so ein bisschen zu beruhigen und diese Wirkung zu haben. Aber intern muss sein, wir wollen aufsteigen und alles dafür tun. Und das war etwas, wo ich froh war, dass im Laufe der Saison, da ist dann auch wieder genau der Vorteil, was wir gerade ja auch schon mal hatten, ich hatte ja dann auch mit dem einen oder anderen Spielerkontakt und auch mit Leuten so um den Verein rum. Und ich war sehr froh, dass ich dann so durch die Blume raushören konnte, das war so sechs Spieltage vorher ungefähr, Pi mal Daumen, dass da wirklich dann auch, das war mit, ey, wir wollen aufsteigen und alles. Und das wurde dann auch so durch die Blume, wie gesagt, mir weitergegeben. Und dann war ich ja auch noch einen Tag in Bremen oder bin ja hingefahren noch und konnte da auch mit dem einen oder anderen reden. Das war dann so dieses, das war für mich okay, weißt du, dann sag ruhig nach außen und so weiter. Aber wenn du dann weißt, okay, intern wird aber gesagt, ey, wir brauchen, oder wir wollen diesen Wiederaufstieg und jeder spürt das, dann hat man direkt ein anderes Gefühl. Und das war sehr, sehr wichtig, weil, ich meine, wir haben gerade gesagt, ja, Bremen ist ein guter Beispiel für, so bist du wieder hochgekommen oder Schalke. Aber wir können ja auch über Nürnberg reden. Wie lange sind die jetzt in der 2. Liga? Was ist mit Hamburg? So, und da sind, da ist nichts mehr von 1. Liga, gar nichts. Und das ist was, das tut doch weh, weißt du, das sind Traditionsvereine. Ich würde mich total freuen, wenn Nürnberg mal wieder oben wäre, wenn Hamburg mal wieder oben wäre, Hamburg-Nordderby, so weit die Rivalität geht. Aber es wird vielleicht dem einen oder anderen auch so gehen, auch vielleicht dem einen oder anderen Dortmunder, wenn man dann halt eben Schalke wieder in der 2. Liga hat, du hast das Derby nicht. Und dieses Derby-Charakter vermisst du als Werder-Fan. Das war übrigens das Schöne in der 2. Liga auch. Aber ja, das sind dann auch so Sachen, die das Ganze mit sich bringt, sage ich mal. Ja, absolut. Es ist wirklich so, ich auch. Aber was ich jetzt zum Beispiel wieder als Chance sehe, jetzt gerade bei Hertha, ich habe das so mitbekommen, habe ich, glaube, ein Video von dir gesehen, Felicio. Was ich total schön finde, ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, dass gerade jetzt in der Krise, klar, am Ende war man dann enttäuscht, jetzt wo das Tor passiert ist, aber auch eure Mitgliederzahlen wachsen extrem. Das Stadion hat einen Zuschauerrekord so gehabt. Ich habe dann schon so von außen auch ein bisschen Gänsehaut und Freude gehabt, dass die Berliner jetzt schon sich zusammenschweißen. Und sowas kann dann schon eine gute Energie für 2. Liga geben. Und das ist immer noch Berlin, Leute. Das ist immer noch Berlin. Auf jeden Fall. Also erstmal auch vielen Dank für die Worte vorhin. Es ist immer einfach raufzutreten. Habe ich in jungen Jahren wahrscheinlich, oder habe ich damals beim HSV vielleicht auch nicht viel besser gemacht. Aber wir haben es uns ja auch verdient. Aber die Fans können ja nichts dafür. Und es tut dann schon immer weh, wenn dann Leute sagen, ja, wir freuen uns, dass ihr abgestiegen seid und bla, bla, bla. Ist ja auch okay, muss man jetzt mit dem. Aber irgendwann, wenn wir dann wirklich mal unten sind, ist dann auch einfach mal gut in dem Sinne. Wir haben wirklich für diese vier Jahre, wo wirklich vieles passiert ist, wofür die Fans ja nichts können und was die Fans sicherlich auch nicht so wollten, haben wir echten, stabilen Mitgliederwachstum gehabt. Und das eben, obwohl du eine Mannschaft hast, wo es ja normal ist, will ich jetzt auch nicht verteufeln, die so erfolgreich spielt in der gleichen Stadt, dass das automatisch halt Leute da hinzieht. Und in so einer Zeit dann keine Mitglieder zu verlieren, sondern stetig an Mitgliedern zu wachsen. Ich weiß gar nicht, in welchem Bereich wir da jetzt sind. Ich glaube, wir haben jetzt sechs, also wie weit oben wir da sind. Wir haben jetzt 46.000 Mitglieder, trotz drei, also Minimum mal drei absoluten Katastrophenjahren. Finde ich auch toll und man merkt es auch. Und das wird auch, also ich kann nur aus meiner Sicht sagen, als ich das erste Mal mit Hertha abgestiegen bin, da war ich natürlich schon mit Leib und Seele Hertha-Fan, hatte da auch schon eine Dauerkarte. Aber als ich dann in der zweiten Liga war, hat mich das noch mehr an den Geschweiß. Ich kann auch gar nicht erklären, woran das lag, ob vielleicht, weil man dann auch mehr Spiele gewonnen hat oder weil das so ein, ja, so ein Neuanfangsgefühl war. Aber das hat mich noch mehr zu Hertha gebracht und ich habe das Gefühl, das geht gerade vielen in der schwierigen Phase jetzt auch so, dass sie sagen, ey, nee, Hertha ist schon mein Verein. Ich will die jetzt gerade in schweren Zeiten unterstützen und dann nicht den Rücken kehren. Das finde ich ein sehr schönes Zeichen und hoffe, dass das auch in der zweiten Liga dann natürlich so weitergeht. Die interessanten Spiele im Stadion gibt es ja auf jeden Fall auch. Und was wollte ich noch mal dazu sagen, was du vorhin gesagt hast, es waren so viele Punkte. Ich wollte noch mal kurz zu dem, was Nico gesagt hat. Es ist halt auch immer so eine Sache, wie Nico auch gesagt hat, was ist das interne Ziel und was kommuniziere ich nach außen? Ich kann nur sagen, dass Hertha ja vor allem damit auch sich diese schlechte Image erarbeitet hat. Das geht in der Fußballwelt nicht. Guck mal, ich bin eigentlich ein Freund davon, so ein bisschen diesen American Lifestyle zu predigen, so ein bisschen mehr, sich selber mehr zu pushen, als vielleicht manchmal sogar da ist. Weil wer soll an dich glauben, wenn du selber nicht daran glaubst? Aber im Fußball fällst du damit immer auf die Fresse, immer. Weil dir das ewig nachgehalten wird, wenn es dann halt nicht kommt. Da kannst du nur verlieren. Und deswegen ist es nach außen vielleicht gerade am Anfang der zweiten Liga der richtige Weg. Weil du hast ja immer so einen krassen Umbruch. Wir werden, glaube ich, den krassesten Umbruch, wir haben drei Umbrüche in den letzten drei Jahren gehabt, aber wir werden den krassesten Umbruch hier malz haben im Sommer. Und das hat ja jeder Erstligist, der absteigt. Und du hast es so schwer, weil die zweite Liga fängt jetzt in circa acht Wochen an. Der Transfermarkt hat noch einen Monat offen. Da werden Spieler da sein, die einen noch verlassen, mit denen du dann erstmal noch planst. Dann werden neue dazukommen. Und deswegen kann das auch nicht so sein, dass man immer direkt in die Saison startet. Also kann vielleicht ab und an schon mal so sein, aber es ist meistens eben nicht der Fall, wenn du direkt durchstartest. Es dauert seine Zeit. Und wenn du dann halt von Anfang an sagst, wir wollen aufsteigen, dann hast du vielleicht nach dem fünften Spieltag auch schon Druck auf den Trainer und diese ganzen Geschichten. Aber intern muss es natürlich das Ziel sein. Bei uns kommt ja noch hinzu, dass wir haben ja diese Anleihe, die auch das Problem ist, dass wir die zurückzahlen müssen. Und das ist nun mal eine Sache, wo öffentlich auch kommuniziert werden muss. Und da haben wir jetzt versucht, damit wir die Lizenz bekommen, diese Anleihe um zwei Jahre zu verlängern und bitten da die Anleger darum, dem zuzustimmen. Und da steht halt auch drin, wie wir Konsolidierungsplan, wie wir Kosten einsparen und warum wir bald Break-Even-Point im EBITDA erreichen und so weiter. Und da steht dann gleich drin, das alles unter der Prämisse, dass wir direkt wieder in die erste Liga aufsteigen. Das haben die jetzt nicht als sportliches Ziel kommuniziert, aber es ist natürlich jetzt doch vom Verein irgendwie kommuniziert. Aber sie müssen es ja machen, weil das halt Anlegerinteressen sind, die öffentlich gemacht werden müssen. Ist alles ein bisschen kompliziert bei uns. Aber ja, also zumindest stehen die Fans nah beieinander. Das kann man wenigstens sagen. Finde ich klasse. Also finde ich wirklich klasse. Also schweißt euch da wirklich zusammen. Gerade in schwierigen Phasen kann echt auch was entstehen. Ihr habt jetzt wirklich keine lange schwierige Phase, aber jetzt gerade so habe ich von der Außenwirkung. Ich schaue ja auch eure Videos gerne und habe das so mitbekommen. Ich fand es auch krass. Ich mache ja auch so, ich rede auch über den Abstiegskampf und alles viel und da seid ihr natürlich nicht immer gut weggekommen. Ist ja logisch. Es war nie ein schlechter Kommentar oder so aus Berlin oder so. Also es hat mich auch extrem gefreut. Ihr seid wirklich, ihr habt echt sympathische Fans, so wie ich mitbekommen habe. Ich höre das auch öfters. Baut es darauf auf. Ihr werdet zurückkommen. Ich bin mir sicher. Ihr habt eine geile Jugendarbeit auch und es kann was entstehen. Ich habe das Gefühl, bei euch kann was entstehen. Ihr müsst daran glauben. Ich habe das bei mir in Augsburg auch gerade, ich versuche da auch gerade jetzt gerade zu appellieren. Bei uns gibt es natürlich auch gerade, man ist nicht zufrieden. Man hat einen eigentlich ganz soliden Kader dieses Jahr. Man ist, glaube ich, in der Marktwertabelle auf Platz 11, 12. Das ist nicht schlecht. Wir haben tolle Transfer gemacht. Aber wir stehen ja auch vor einem Umbruch. Wir haben die ganze Saison gefühlt sechs bis sieben Verletzte im Durchschnitt gehabt. Also bei einem Team wie Augsburg ist das viel zu viel. Es ist einfach ein Ticken zu viel. Frag mal Nico, wie es den Bremen angeht gerade in den letzten Wochen, wo Füllkrug ausgefallen ist. Es ist einfach schwierig, gewisse Spieler zu ersetzen. Dafür haben sich die Jungs auch gut geschlagen. Und unser Trainer macht auch komische Aufstellungen. Es macht mich auch alles kirre. Und man versteht nicht alles als Fan. Wer sagt das nicht bei sich? Ja, bitte. Aber wir müssen jetzt in diesem Moment, wo es einfach scheiße läuft, wo wir wirklich auch kämpfen, um den Klassen halt alle zusammenhalten, auch ganz Augsburg. Wir sind ein familiärer Klub. Ich glaube, das hat man jetzt auch ein bisschen mitbekommen. Ich finde, Felicio macht ja Hertha unfassbar sympathisch. Vor dem ganzen Content, wo ich das überhaupt gekannt habe, habe ich von Hertha gesagt, das ist für mich HSV 2, die gehen runter. Jetzt sage ich irgendwie, jetzt tun sie mir wirklich leid so auch ein bisschen, weil ich mitfühle mehr. Wir müssen als Augsburger schauen, auch wir haben was familiäres. Ihr könnt jeden fragen, wenn ihr Gästefans kommen. Wir sind ein guter Gastgeber. Hier gibt es kaum Probleme. Und wir wollen, ich will auch helfen, dieses Image ein bisschen nach Ausdruck zu tragen, warum Augsburg auch Erste Liga ist. Wir müssen uns das auch noch erarbeiten, gerade auch spielerisch, ohne Wenn und Aber. Aber wir müssen jetzt in diesem Scheißspiel gegen Gladbach, ganz Augsburg muss zusammenhalten, hinter den Jungs sehen, weil die brauchen die Fans. Ich kenne die Jungs auch. Das sind Kämpfer, das sind gute Jungs und die können Gladbach schlagen. Aber wir müssen ihnen noch die Energie geben, dass wir voll dahinter schaffen, was auf dem Muster ist. Für Nico, jetzt kannst du ja sagen, jetzt wird es ja vielleicht auch leichter, für viele Augsburg sympathischer zu sehen, weil Giekewitz verlängert ja nicht. Das ist absolut richtig. Das kannst du mit Sicherheit dir ja denken, dass mich das sogar einigermaßen gefreut hat, ohne das Böse zu meinen. Aber ich, wie gesagt, ich werde mit dem nicht mehr warm werden, muss ich aber ja auch Gott sei Dank nicht. Also es ist ja auch nicht so, dass das jetzt ein Ziel wäre, sage ich mal. Ich finde aber auch, und das ist ja auch, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, genau das, was Dennis ja auch gerade über Felicio gesagt hat, mit der Sympathie, die man vielleicht auch durch eben Streamer, YouTuber entwickelt zu einem Verein. Das macht ja Dennis auch mit Augsburg und du bist ja noch wirklich da sehr am Anfang, sage ich mal. Das ist, glaube ich, deine erste richtige Saison jetzt. Dennis, sag mal, erste richtige Saison, ne? Ja, es ist meine erste, der jetzt zu Ende geht. Das ist, ich fühle, habe auch das am Anfang schon direkt gefühlt, was du gesagt hast. Das ist, es ist so, auch was Felicio gesagt hat dazu, wenn du das Ganze hier so betreibst und jeden Tag dich mit dem Verein beschäftigst, dann ist das echt, das ist fast schon wie so eine Sucht, also jetzt mal überspitzt gesagt. Man hat ja vorher auch gelitten als Fan, man hat ja vorher auch sich Gedanken gemacht als Fan, aber man hat halt eben auch in viele andere Richtungen dann auch, sage ich mal, einen Moment lang durchatmen können. Jetzt ist es so, du leidest und leidest und leidest und es staunen sich Sachen an, du gehst richtig mit. Das ist, das ist der Wahnsinn. Das kann man, wie gesagt, Leuten gar nicht so übermitteln, wenn ich es nicht selber gefühlt habe. Und deswegen ist es eigentlich schön, wenn wir ja dann auch untereinander so darüber reden können, um eben diesen Austausch zu gewährleisten und dann auch zu sagen, ich habe so oft die Momente mit Felicio auch, wo wir uns gegenseitig auch sagen, ey, ich fühle das und ich verstehe das und erzähle und sage, weißt du, weil das einfach, das sind diese Momente, die nicht jeder nachempfinden kann. So und das ist, das ist schon sehr, sehr krass. Ich muss aber auch tatsächlich dazu auch nochmal sagen, dass durch viele YouTuber wirklich, also Vereins-YouTuber, mir deren Verein sympathischer und auch auf dem Schirm überhaupt gelandet ist. Also zum Beispiel mit Hertha hatte ich gar keine Verbindung vor Felicio. Das, was ich positiv verbunden habe, war wirklich, dass ich 2009 ja im Olympiastadion gewonnen habe, ich dabei war. Deswegen war das Olympiastadion für mich total positiv, ist ja klar, weil du es ja immer damit verbindest. Also es war immer, wenn ich Hertha geguckt habe, habe ich immer gesagt, ey, ich weiß noch damals, weißt du, so und dann hatte ich einen negativen Moment, weißt du, Felicia auch, bevor ich überhaupt Felicio kannte, hatte ich damals auch mit einem anderen Hertha-YouTuber aufgenommen gehabt und danach habe ich total viele Nachrichten bekommen mit, ey, warum hast du mit dem aufgenommen und der beleidigt jeden Werder-Spieler und so weiter und ich dachte, hä, was geht ab, so, also ich hatte das vorher, das war auch in meinem ersten Jahr, hatte das vorher auch so noch nie erlebt, also in diesen, also es war jetzt nicht, es war wirklich extrem, so der Spieler, Haarsohn und so weiter, alles mögliche, ich will das gar nicht so ausführen jetzt, aber genau, dann kam mit Felicio der Talk und danach haben selber, mittlerweile gibt es so viele, die im Chat auch sagen, Hertha ist mir viel sympathischer, auch natürlich jetzt unser Kanal, dadurch ist es sowieso so, dass irgendwie beides viel aktiver verfolgt wird, ich sehe auch immer wieder, Werder, eigentlich Werder-Abonnenten bei Felicio oder auch Hertha-Abonnenten bei mir und das ist total schön, dass sich das so verbindet, dass man das auch gegenseitig verfolgt, ist total geil und deswegen, ja, finde ich auch diese Talks hier immer sehr, sehr schön, angenehm und auch wichtig. Ich will auch noch mal kurz sagen, dass du, Dennis, das wirklich gut auch mit Augsburg machst, weil man ja auch immer schnell, also man ist immer schnell da drin, gegenüber anderen Vereinen zu urteilen, ja, die haben, keine Ahnung, die sollen aus der Bundesliga und so weiter, ich habe dir ja auch gesagt, ich war jetzt hier nicht der große Augsburg-Verfechter, aber du machst das wirklich auch sehr sympathisch, finde ich und das ist eigentlich, wenn man das so vergleicht, doch so, als ob man im Freundeskreis jemanden hat, der Fan von der Mannschaft ist. Ich glaube trotzdem auch zu meinem Kumpel hier, der Bayern-Fan ist einem meiner besten Freunde und sage ich auch, ich finde den Verein scheiße, aber im Endeffekt, natürlich tut es mir leid, wenn er leidet in dem Sinne oder sagen wir, Bayern ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil der tut mir eigentlich nicht leid und aber sagen wir mal, andere Fans von anderen Vereinen und so kann man das besser auch einfach nachempfinden, was so in dem Klubleben und in dem Vereinsleben durchgeht, weil jeder, der wirklich Fan ist, also nicht, weil er irgendwo hingeht, weil da der Erfolg ist, sondern der wirklich mit dem Herz da dran hängt, also der ein Spiel guckt und wo das Herz anfängt, schneller zu schlagen. Das ist ja eigentlich die Definition von Fan. Da kannst du dir ja nicht aussuchen, was soll der sich rechtfertigen, was der Verein macht oder was andere Leute im Verein machen oder Spieler machen oder Fans machen. Der hängt halt mit seinem Herz an dem Verein und das finde ich dann respektabel und kann mich dann auch reinempfinden, wenn man dann jemanden so kennenlernt. Und was mich jetzt nochmal interessieren würde, Augsburg hat der echt auch natürlich auch mithilfe des Investors und weil er halt auch gute Transfers gemacht hat, mal gucken, was mit Pepi jetzt auch noch passiert, könnte ja auch noch gewinnbringend sein, sich auch, was gehaltstechnisch ist, aber auch vom Niveau, vom Kader her eigentlich auf das nächste Level gehoben. Und jetzt sind ja schon wieder eigentlich total interessante Spieler im Gespräch bei euch, die ja sogar ablösefrei wären. Also wenn ihr in der Liga bleibt, einmal Luca Pfeiffer und... Patrick. Patrick, sorry, Luca Pfeiffer ist der von Stuttgart. Ich sage immer Luca Patrick Pfeiffer und Finn Dahmen, die ich auch beide als sehr gute Transfers empfinden würde. Wie sieht es denn da aus nach deinem Kenntnisstand? Ich muss erstmal zu Pfeiffer was sagen. Ich habe jetzt doch wieder was gegen Augsburg. Weil du den haben willst. Ja, richtig. Wie viele Verteidiger willst du noch wegschnappen? Ja, ist doch egal. Ich will den alles von uns. Dorsch wollte er auch haben. Dorsch will ich auch immer noch haben. Nicht nur wollte, das ist falsch. Dennis hat das Video auch schon reingeschrieben gehabt. Ich glaube, es war Dennis. Er hat gesagt, ich soll mal fragen, ob Dorsch nicht mal einen Tapetenwechsel braucht. In Bremen ist schön. Dorsch würde ich immer noch nehmen. Und Pfeiffer sage ich, also da muss man ja auch ein Kompliment machen, wenn das jetzt wirklich fix ist. Also wenn das jetzt fix alles, so wie der vorgestellt wird bei Augsburg. Das ist ein Hammerdeal. Wirklich. Ich hätte ihn mit Liebe genommen. Und das sage ich auch nicht einfach so oder so. Das ist wirklich ein super, super Brecher. Ich habe selber ja, wir haben ja selber schon gegen ihn gespielt. Ich habe ihn sehr lange verfolgt. Das ist wirklich ein groß, sehr groß gewachsener Typ, den du auch total als Abwehrchef aufbauen kannst. Der kann auch zentral in der Innenverteidigung spielen. in der Dreierkette oder rechter Innenverteidiger in der Viererkette. Der hat auch ein Tempo, was er mitgehen kann. Der ist körperlich präsent. Der hat einen guten Aufbau, finde ich. Wirklich ein 1A-Transfer ablösefrei, wenn mich jetzt nicht alles durch. Das ist wirklich, also viel besser, kannst du dich in der Innenverteidigung jetzt für den Sommer durch eine ablösefreie Innenverteidiger nicht verstärken als mit Pfeiffer. Ja, sehe ich genauso. Also Pfeiffer war auch mein absoluter Wunschkandidat. Wir sind ja seit dem Sommer schon an ihm interessiert. Ja, und jetzt, also dieser, man muss eines sagen, oder hat auch viel mit unserem Enrico Maaßen augenscheinlich mitzudenken. Es dringt immer wieder durch. Gerade auch so Spieler wie Bellio, waren ja auch viele verdutzt, dass der zu uns kommt. Auch Niklas, Dorsch ist jetzt vorher, aber machen wir mal dieses Jahr, mal viele Talente bekommen. Ja, Enno kann einfach scheinbar, er ist ein sehr, ich habe ihn ja auch oft live gesehen, ein sehr empathischer, toller Mensch. Und junge Menschen wollen halt einfach auch einen Trainer haben, der an sie glaubt, wo man das Gefühl hat, das passt, mit dem trainiere ich gerne, der überzeugt die Jungs. Und scheinbar hat er das bei Pfeiffer auch wieder mitgeschafft. Klar, nicht nur er. Wir gönnen auch unsere Kaderplaner mit dazu, die wirklich die ganze Saison Gas geben. Ich glaube aber, Mainz ist hier noch mit im Rennen. Es liegt jetzt nur daran, ob wir drinbleiben. Falls wir absteigen würden, was jetzt doch noch, immer noch sehr unwahrscheinlich ist, könnte er noch nach Mainz gehen. Aber ich habe auch, ich bin mega glücklich, dass wir so geile, gerade viele Spieler, die Ex-U21-Deutscher Nationalspieler waren, Meier, das weißen da als Maxi Bauer, ich weiß jetzt gar nicht, wer da als Dorschi. Engels ist ja auch ein krasser Transfer gewesen. Und zum Thema Dorschi, Engels, super Transfer. Dorschi, mit dem habe ich auch gequatscht mal zuletzt, der kommt ja auch hier aus der Region, der ist sehr glücklich in Augsburg. Der ist auch ein total verkopfter, ein voller Typ. Toller, wirklich, nicht nur ein Hammerspieler, ein toller Charakter, toller Mensch, der sich auch neben dem Platz unfassbar viel Zeit für Augsburger Fans nimmt, auch für Kleinigkeiten. Also das ist so ein Hammertyp. Der hat so viel drauf, wenn der gesund bleibt. Der erlebt jetzt natürlich sehr nach seinen zwei Sprunggelängsverletzungen nacheinander im Kopf drin, dass er ein bisschen Angst hat, sich wieder zu verletzen. Jetzt kommt er aber wieder und der wird Augsburg glaube ich nicht so schnell verlassen. Der ist sehr glücklich hier. Außer er zeigt wirklich sein Potenzial, bleibt gesund nächstes Jahr, dann wird mal ein Monsterangebot für den Krieg. Der Junge ist richtig gut. Aber wir werden ihn ganz sicher nicht so schnell abgeben. Der ist unser Leader und er wird nächstes Jahr wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, auch Kapitän werden. Er ist ein absolut geiler Spieler und wir haben wirklich, wie er sagt, geile Transfer gemacht und dementsprechend haben die Fans Hoffnung, dass wir in den nächsten zwei Jahren auch Ambitionen durch den Top Ten haben. Ich halte es immer noch für ein mutiges Ziel, weil bei dem Fußball, wo wir aktuell spielen, kannst du froh sein, wenn du erstmal drin bleibst. Sag mal noch kurz, was du besiegerst, weil das kam gerade eben auch schon ein paar Mal. Wird der irgendwie gekauft und dann weiterverkauft oder was war da? Gibt es ein Gerücht? Weiß ich nicht. Es kann aber sein, dass Merkin Berisha tatsächlich schon den nächsten Karriereschritt selber plant und man wäre ab einer hohen Summe bereit zu sprechen. Ich denke, es geht hier um 15 bis 20 Millionen wären wir gesprächsbereit und ich würde ihn dann auch ziehen lassen. Ich finde ihn gut. Ich finde Berisha gut, aber er ist ein sehr spezieller Typ auch. Ich finde, Berisha ist so ein Typ, Spieler, der vielleicht von seinem Charakter her speziell ist. Er ist auch wirklich gut, wenn er Bock hat, aber er ist auch ein launischer Spieler und in Augsburg würde man ihn auch ziehen lassen, wenn er geht. Wir haben ja mit Bellio auch den Ersatz. Wir brauchen einfach mehr so Kämpfer, die 100 Prozent gerne in Augsburg sind. Bei ihm weiß ich nicht, ob er, er plant ja jetzt schon sein nächstkarrierisches, ist ein Jahr da, versteht ihr, wie ich meine? Solche Spieler wollte ich jetzt auch nicht hinterher, wenn sie wechseln dann am Ende. Es gibt noch so viele Themen, die ich hier mit reinbringen muss. Ich habe gerade eben, ich müsste mir eigentlich aufschreiben, kein Problem. Kein Problem. Also erstmal zu Beriche, habt ihr aber super eingefädelt, muss man ja auch sagen. Die Kaufoption, ey, das ist wirklich, ich sage ja, was ihr da macht, ich weiß nicht, da muss irgendwer unterm Tisch die ganze Zeit hängen, ich kann es mir anders nicht erklären. Diese Transfers, da geht irgendwas nicht, ich weiß nicht. Oder da ist heimlich immer Kruse irgendwie mit und ihr habt den als Pokerspieler mit engagiert, ich weiß es auch nicht. Das macht ihr wirklich gut, da muss man ein Kompliment auch geben. Wie gesagt, Beriche so, oder so Win-Win, hat eine tolle Saison bei euch gespielt, werdet ihr für wenig Geld haben, wenn er bleibt, top, wenn er weiterverkauft wird für viel Geld, auch top, also von daher, da hat man ja so oder so nichts zu verlieren. Übrigens verliest du deine Abonnenten, also die ganzen Ertaner, wollen mir die ganze Zeit irgendwelche Spieler von dir aufquatschen. Hat sich gerade eben Pfeiffer gesagt. Irgendwer muss ja den Job machen, das ist jetzt die Sache. Wir haben Ertaner gehalten zusammen, guck dir mal Benjamin Weber an, der ist total übermüdet, der kann nicht mehr, der muss hier einen ganzen Kader loswerden von Preetz noch und von Bobic, wir helfen uns hier gegenseitig. Was kosten Luke Bakio eigentlich? Die Spieler sind hier nicht genannt. Ihr habt doch Geld. Ihr habt doch jetzt Geld. Werden wir Pepi verkaufen? Vielleicht, ja. Ja, komm, mach 10 Millionen, fertig, hast du. Bitteschön. Den will ich. Was willst du für Richter? Richter? Machen wir 5. Machen wir 3. Treffen wir uns bei 4. Nee, 5 ist okay, dann noch 10 für Luke Bakio, dann kann Toussaint in der 2. Liga bleiben. Dann sind wir alle zufrieden. Das ist auch geil, dass sie, Basti schreibt auch noch rein, uiuiuiuiui, ich bin Dortmunder. Ja, 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 Basti, ich weiß es doch, aber guck mal, die lachen ich mir an, mir wird Piontek hier angeboten, Ruchel, Uremovic, ich weiß gar nicht. Weißt du, was das geile an Piontek ist? Ja, sein Geld. Ja, er ist reich. Er ist reich. Er ist richtig reich, ja. Und er hat, er hat in 30, Spielen in der Serie A vier Tore geschossen. Das ist krass. Also hat er mehr Tore als Maximilian Philipp und Ding Chi. Ja, das ist ein absolutes Argument, für Piontek zu kaufen. Da hast du natürlich vollkommen recht. Das ist übrigens auch ein guter Part, um zu einem Transfergerücht, also was heißt Gerücht, lass uns erstmal über was anderes reden, bevor ich das vergesse. Das ist nämlich etwas, was wir wahrscheinlich auch in einem Einzelvideo nochmal machen können. Da bin ich sehr gespannt auf eure beiden Meinungen. Vielleicht seht ihr ihn ja nächste Saison bei euch. Man weiß es nicht. Vielleicht ahnt ihr schon, worauf es hinauslaufen wird. Aber vor allen Dingen, muss ich ja sagen, weil ich weiß, dass das als Clip auf YouTube auch landen wird. Freunde, lasst gerne nochmal ein Däumchen oben da, lasst gerne ein Abo da, checkt gerne Dennis' Kanal aus, unten verlinkt. Wir sind auf dem Weg zu den 3000 Abonnenten. Ich habe übrigens gerade mal geguckt, wir sind fast bei 2600 jetzt, also wirklich in großen Schritten wieder. Ey, vielen lieben Dank, Freunde. Mega geil. Ja, Max Kruse, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, hat ja jetzt gesagt, dass er in der Bundesliga gerne nochmal spielen möchte. Hat auch nicht ausgeschlossen, das war ja vor ein paar Monaten schon, dass er auch zweite Liga spielen würde, wenn es darum geht, Bundesliga Bank oder zweite Liga Stamm, dann zweite Liga sogar. Das heißt, wir sprechen über ihn. Er hat sich fit gehalten, laut eigener Aussage. Man hat es ja auch gesehen mit Personal Trainer und so, da hat er ja immer wieder seine Storys gehabt. A, also erste Frage, seht ihr ihn in der Bundesliga oder zweiten Liga und B, würdet ihr ihn selber nehmen? Lass mal Dennis anfangen. Max Kruse, da hatten wir auch vor, das ist so tatsächlich mal das Thema, ob der irgendwie zu uns passt. Also ganz ehrlich, er ist schon, er war, er war und ist schon ein geiler Kicker, ein spezieller Kicker. Er kann schon Unterschiede machen. Aber er ist halt einfach so speziell mit seinen ganzen Drumherum. ich habe nichts gegen ihn, ich finde, er ist ein geiler Spieler gewesen. Wie alt ist er jetzt? 34, 35, oder? 35. 35. Also ich würde ihn in Augsburg nicht mehr nehmen, weil wir ja gerade mehr auf Jugend auch setzen, auf junge Spieler. Aber sportlich gesehen, ich glaube, er hätte auch in Wolfsburg auch noch helfen können. Er hat sich halt mit Kovac einfach, hat es nicht gepasst, weil er zum Scheitern verurteilt. Das ist schon ein geiler Kicker gewesen. Ich glaube, der kann schon, aber in der zweiten Liga könnte er auf jeden Fall helfen, bin ich der Meinung. Also, es gab ja mal das Gerücht bei uns, dass angeblich unser Präsident Kai Bernstein, weil Bobicer die ganze Zeit nichts gemacht hat, weil er immer nur in irgendwelchen irgendwo TV-Experten gespielt hat und bei der DFL rumgetont ist, aber keine Spielertransfers durchgeführt hat, ist jetzt natürlich überspitzt gesagt, dass da angeblich unser Präsident mal gesagt hat, was ist denn hier mit Max Kruse, dass sie sich darüber gestritten haben. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich kenne seinen Fitnesszustand nicht. Wenn er ansatzweise nochmal an den, also wenn er an den Fitnesszustand nochmal kommt, den er, mit dem er Bundesliga gespielt hat, sagen wir mal so, dann kann er auch mit wenig, wie soll man das beschreiben, mit nicht der allzu besten Fitness vielleicht in der zweiten Liga weiterhelfen, weil unser Weg ist ja jetzt der mit vielen Talenten, aber du kannst ja nicht mit 18 Talenten den Kader bestücken. Du brauchst Erfahrung, du brauchst Unterschiedsspieler im technischen Bereich. Prince ist völlig zerstört, der Körper, der kann das jetzt nicht weitermachen. Pekarik wird gehen und wenn er fit ist, das kann ich nicht einschätzen, ob er überhaupt noch ein Medizincheck bestehen würde, dann wäre das natürlich interessant, weil er ist genau das, was Hertha seit Ewigkeiten fehlt und ist natürlich auch eine finanzielle Komponente, weil er einfach ein Unterschiedsspieler mit diesen Steckpässen auch ist, was wir seit Ewigkeiten nicht mehr haben. Und wir haben eigentlich, mal gucken, ich kann es ja nicht einschätzen, wem wir jetzt alles abgeben, das weiß ja keiner, aber wir werden wahrscheinlich ein paar Spieler mit Tempo auf den Flügeln haben, deswegen fände ich es schon sehr interessant. Diese Kombination auch so, vielleicht hängende Spitze, Max Kruse, der darf sich frei bewegen und dann Jessic daneben, wäre natürlich äußerst wild in der zweiten Liga, aber wie gesagt, da müssen viele Komponenten stimmen, Fitnesszustand, seine monetären Vorstellungen und ich sage mal so, an seinen verkäuferischen Skills muss er noch ein bisschen arbeiten, weil er meinte, wenn kein anderer anfragt, außer Hertha BSC, dann kann ich mir das auch vorstellen. Also so bietet man sich auf jeden Fall nicht an. Da sagt man vielleicht eher, ja, ich fand Hertha sowieso schon immer den besseren Verein in Berlin, das sagt man dann. Oder wie es Prinz gemacht hat, bevor er nochmal verlängert wurde, er meinte zu Bobic, er sei der Messi unter den Managern, dann kann man auch vielleicht nochmal was machen, aber das war auf jeden Fall nicht so clever. Also so hat er ihn zumindest die Bild zitiert. Im letzten Drittel, also wenn man so im letzten Angriffsdrittel einen Spieler sucht, der die Räume findet und den Pass spielen kann, der ist wirklich intelligent. Also der war wirklich, ich habe den auch länger verfolgt. Das ist schon einer, wenn er nur ein bisschen ansatzweise Fitness sinkt, wie Felicius sagt, er könnte sogar Augsburg helfen, er könnte Felsor Bremen helfen, wenn der will und nochmal Bock hat. Also ich fand ihn im Letzten sehr intelligenter Fußballer, weiß, wo man zu stehen hat, der versteht das Spiel, so ein bisschen wie der Thomas Müller jetzt nicht auf dem Niveau, aber der weiß, wo zu stehen am letzten Drittel und leitet den Ball geschickt weiter. Der kann schon was. Also der ist ein guter Kicker, neben dem Platz speziell, aber ich glaube schon, dass der Hertha helfen könnte, wenn er wollen würde und ihr wollt. Ich finde erstmal ein Zitat extrem gut und danach werde ich mit meinem Monolog beginnen, Freunde. Haltet euch fest. Erstmal Kevin from the Block, liebe Grüße. Das ist doch auch der, den Namen kenne ich von Felicio. Das ist der, wo du immer drauf reagierst. Kevin from the Block. Ich glaube, das war der mit den Interviews. Der mit den Interviews. Ja, das kann man doch mal liebe Grüße sagen. Könnt ihr auch auschecken. Und er hat nämlich geschrieben, ich finde, solange ein Spieler Leistung auf dem Feld bringt, ist es scheißegal, was er außerhalb macht in seinem Privatleben. Jetzt kommen wir zu meinem, weil das ist eine gute Einleitung. Wisst ihr, was erstmal bei Kruse der erste Fakt ist? Er kam noch nie, noch nie über seinen Fitnesszustand. Noch nie. Der war, ich glaube, drei Jahre in Bremen. Der war noch nie der fitteste, egal in welcher Situation. Er war noch nie läuferisch. Einer, der jemanden überlaufen hat, also dass er im Sprint irgendwie jemanden überläuft und dann an zwei Spielern vorbeigeht und den reinmacht. Er hat immer, oder er kam immer über seine Technik, er hat immer diesen, genau was Felicio gerade gesagt, diesen schlitzohrigen Instinkt, diesen Steckpass, diesen Ball zwischen den Ketten, wo du dann nochmal Gefahr entwickelst, hat er immer schon gesehen. Und dafür brauchst du auch keinen absolut krassesten Fitnesszustand, sondern er muss einfach gut am Ball sein. Das ist er. Er will, er hat gesagt, er wird sich unbedingt selber auch nochmal beweisen. Er hat gesagt, dass finanziell an zweiter Stelle steht, was schon mal für viele Vereine, glaube ich, direkt deutlich ihn interessanter macht, weil viele haben ihn ja verbunden mit dem Gehalt von Wolfsburg. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das stellt er komplett beiseite. Der hat sogar gesagt, selbst wenn es unter zwei Millionen ist, dieses Finanzielle, das ist komplett zweitrangig. Und ist sogar noch einen Schritt weitergegangen, weil ja viele mit diesem Social Media das ja auch kritisch sehen. Er hat gesagt, er würde von heute auf morgen alles aufhören, wenn das der Verein wünscht, also wenn das so ein Problem wäre. Wobei ich auch da sage, für mich persönlich, wäre das gar kein Problem. Weil A, die Bild schreibt sowieso immer über Kuse. Das ist so. Das weiß man. Egal was der macht, egal wohin der geht, passiert sowieso. Ob er jetzt sein Social Media macht oder nicht, ist mir scheißegal. Wenn der auf dem Feld funktioniert, interessiert mich das gar nicht. Der hat damals bei uns gefühlt jeden Abend nach dem Training in der Shisha-Bar gehangt, übertrieben gesagt jetzt mal. War da Shisha-Rauchen mit den Jungs und hat gepokert. Ist doch egal. Der war bei uns absoluter Leistungsträger. Nur mal zur Erinnerung, der hat bei Bremen 94 Spiele gemacht, 35 Tore, 31 Scorer. Das heißt, 66 Scorer in 94 Partien. So. Und das als nie der Fitteste. Der war auch da schon immer langsam. Insgesamt hat er in seiner Bundesliga-Vita 300 Bundesliga-Spiele, 97 Tore und 79 Scorer. Das ist schon eine wirklich große Ansage. Über 170 Scorer in 300 Bundesliga-Spielen. Das ist ein verdammt guter Wert, den er da mit sich bringt. Es ist eine Sache klar und ich glaube, das weiß er auch selber. Das hat er ja selber auch mal gesagt. Wenn er nicht so einen Lebensstil hätte, also mit diesem, da auch mal, ich sag jetzt mal, wie im Chat gerade eben auch schon geschrieben worden ist, da mal Nutella-Brot, da mal Shisha, da mal Dings, dann wäre er vielleicht eventuell noch ein stärkerer Spieler gewesen in seiner Vergangenheit, weil er dann eben auch noch diesen Fitnesszustand, diesen Sprint und so weiter mit sich gebracht hätte. Hat er auch nach eigener Aussage mal gesagt, kann sein, weiß man aber nicht, aber es gehört auch irgendwo zu ihm. Und wenn man ehrlich ist, trotz dessen, all das, was er macht, hat er eben super Spiele abgeliefert und ich kann da nur sagen, ich glaube, das wäre Max Kruse und ich nehme Wolfsburg als absolute Ausnahme, bin auch vorher bei Dennis, was er gerade gesagt hat, mit Kovac, das war von Anfang an klar, dass das nicht funktioniert, das sind auch absolute Gegensätze, also wenn das so zählt hätte, dann, der wird keine Unruhe in die Mannschaft bringen, das denken nämlich viele, das hat er auch vorher nie irgendwo gehabt, der war immer ein Teamplayer, der war immer eine Art verlängerte Arm vom Trainer, bei Kovac sowieso, der hat ihn geliebt, der hätte alles, glaube ich, mit ihm gemacht, da waren die Samba auf dem Tisch am Tanzen, sage ich euch, wie es ist, aber das wird mit Sicherheit nicht gehen. Und wenn du dann eben, was Fließt ja auch gerade eben gesagt hat, junge Spieler hast in der kommenden Saison und über junge Spieler gehen willst, gleichzeitig aber ein Max Kruse als erfahrenen Mann, der vielleicht auch einfach was mitgeben kann noch und du kriegst ihn ablösefrei und er verzichtet auf viel Gehalt, sage ich, ist der für einige Bundesligisten noch interessant und auch auf jeden Fall für Zweitligisten, jetzt auch in dem Fall bei Hertha, wenn du Ziel hast, Wiederaufstieg, Kruse kennt sich auch in der zweiten Liga aus, 63 Spiele, 20 Tore, 10 Vorlagen, also 30 Scorer an 63 Spielen, auch das kann er und da glaube ich, Otto sei einer, der vorangehen könnte, rein theoretisch, sage ich, wird er bei vielen extrem interessant noch sein. Also, dass ich nochmal sagen muss, ich sage ja nicht, dass er den Fitnesszustand von, wen könnte ich da jetzt nehmen, Dodi Lukebakio, die Agilität erreichen soll, sondern er muss halt annähernd an den Fitnesszustand rankommen, den er vorher hatte, weil nur, weil er da gut gespielt hat, auch mit einem schlechten Fitnesszustand, was weiß ich, was er jetzt für einen hat, vielleicht ist er noch katastrophaler, irgendwann hört es dann halt auch auf, da bringt dir die Technik dann auch nichts mehr, wenn du mit einer Klauze, sage ich mal, rumläufst im Profifußball, auch die zweite Liga ist körperlich intensiv, ist mittlerweile auch schnell, aber, wie gesagt, in dieser Kombination, vielleicht wäre es sogar ganz gut, die Bild stürzt sich ja sowieso liebend gerne auf Hertha, bei Hertha gibt es ja, oder nicht nur die Bild, alle Zeitungen bei Hertha, gibt es ja nie Ruhe, vielleicht ist es ganz gut, wenn du eine so eine Figur hast, an der sich dann alle reiben können, dann können wir im Hintergrund, dann können wir wenigstens im Hintergrund ruhig arbeiten, wenn die sich darüber echauffieren, dass er in der Spielbank war, oder Shisha geraucht hat, nachdem er drei Tore vorbereitet hat, aber trotzdem muss man natürlich auch immer dazu sagen, sobald es dann eben so wird, bei so einem, das ist eben die Kehrseite der Medaille, er kann machen, was er will, aber sobald es dann eben unerfolgreich wird, dann fliegt es dir halt doppelt um die Ohren. Absolut. Das glaube ich nicht bei ihm. Warte ganz kurz, ich bin voll bei dir auch, ich bin, bei Hertha, warte ich, ich bin voll bei dir, ich bin eins zu eins, der muss auch einen gewissen Fitnesszustand mit sich bringen, um ausdauertechnisch überhaupt da mitzugehen, was ich nur sagen wollte, ist halt, dass er ja nie auf diesem, weißt du, von diesem Niveau, wo du jetzt sagst, ey, topfit, und weißt du, da war er nie, da wird er auch nie hinkommen, das Schöne ist aber bei Kruse, dass er es trotzdem kann, musste übrigens gerade schmunzeln, der ist nämlich mit einer Plauze nach dem Urlaub damals zu Bremen, und dann wurde noch gesagt, dass er die erstmal weg trainieren muss, so, und er hat mit der Plauze Tore gemacht, also das, selbst das kann er, also mal überspitzt gesagt, und, was auch gerade im Training hier, im Chat reingeschrieben worden ist, ist völlig richtig, er trainiert jeden Tag, also er nimmt das auch in seinen Storys mit, hat einen Personal Trainer, ich glaube, dass der eine Grundfitness schon hat, und was ganz entscheidend ist, dem Typ musst du jetzt im Mai irgendeinen Vertrag geben, damit der eine komplette Vorbereitung hat, und dann kannst du gucken, dass der funktioniert, weil, das war nämlich das, wo ich im Februar damals gesagt habe, jetzt würde ich ihn auch nicht mehr holen, wo wir aus dem Trainerstar zurück waren, weil dann habe ich gesagt, du, wie kriegst du den jetzt noch in die Saison rein, der hat keine Vorbereitung mitgemacht, wie soll das funktionieren, das war auch, glaube ich, ein nicht so cleverer Zug von ihm, wo er zwischenzeitlich noch Urlaub gemacht hat, gut, man weiß natürlich nie, auch die Hintergründe will ich mir jetzt auch gar nicht rausnehmen, trotz dessen aus Vereinsperspektive oder Fansperspektive jetzt auch, sage ich jetzt im Sommer mit Vorbereitung, neuen Anlauf, würde ich auch bei Werder nicht ausschließen, unter anderem, sage aber auch, dass ich einige andere Klubs auch interessant für ihn finde. Ja, also ich bin ja komplett bei euch, möchte jetzt auch gar nicht zu viel zu viel sagen, aber es gibt immer diese Spieler, die sind spezielle Typen, die verstehen den Sport einfach, er kann, er ist 35, das muss man hier schon bedenken, aber er hält sich fit, er ist heiß, er ist ein geiler Kicker, ich glaube, da sind wir uns alle einer Meinung, er könnte, glaube ich, noch einem Team auf Erstliga-Niveau vielleicht auch unten eher drin helfen, Zweitliga-Team, so oder so, bin ich völlig überzeugt, mit dem, was er einfach drauf hat, es gab immer Spieler, die sehr speziell waren, Basler, Mehmet Scholl war auch so einer, Marcelinho, Straßenkicker, wir hatten in Augsburg Raoul Bobadilla, der war mehr in der Dönerbude und hier hat immer für außerhalb in Augsburg, ganz untypisch für Augsburg, Sachen gemacht, habe ich ein paar Storys gehört, da musste man nur über den lachen, aber der hat auf dem Platz die Tore gemacht, zwar der Bomber hier, das ist dann scheißegal, wenn die auf dem Platz liefern, die Jungs, dann spielen die und Max Kruse ist ein guter Spieler und bin mir 100% sicher, dass der, wenn er hier noch einen Verein findet, auch Leistung bringt, weil der war jetzt auch kein unkonstanter Spieler, der hat mal ein schlechtes Spiel drin gehabt, aber der hat dann im zweiten Spiel schon öfters dann wieder eine Antwort gegeben, also über Salkarie, außer Wolfsburg-Kovac, das war was anderes. Ja, also ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr zu Max Kruse sagt und ob ihr ihn bei eurem Verein, jeweiligem Verein, weil wir hier ganz verschiedene Fangruppierungen sehen würdet und wo ihr ihn eventuell seht, finde ich, wie gesagt, ein sehr, sehr interessantes Thema für den Sommer, weil ich fände es auch extrem schade, wenn er keinen Verein am Ende findet, sage ich auch ganz ehrlich, und dann wirklich nach einem Kovac-Diskussionsding seine Karriere so beenden muss, das ist nie schön, das wissen wir auch alle. Lass uns rüberschwanken zu dem Thema, was ganz am Anfang des Streams schon gefragt worden ist, ob wir darüber sprechen. Warum? Weil wir da alle drei damit überhaupt gar nichts zu tun haben, aber umso schöner ist es, weil wir können neutral reden, also halbwegs. Meisterschaftskampf, wir sind ja nah dran eigentlich. Ja, da können wir gerne drüber sprechen. Erstmal würde ich sagen, fangen wir doch mal an mit, was glaubt ihr denn, wer wird es am Ende? Also wird jetzt Dortmund das Ding ziehen oder patzen sie doch und die Bayern holen das wieder? Und wem würdet ihr es denn mehr gönnen? Etc. pp. Dennis, fang mal gerne an, weil mit Felice haben wir ja schon ganz viel darüber gesprochen, aber Felice sagt natürlich auch gleich, Hertha war auch nah dran und so, deswegen müssen wir das auch natürlich, sehr klar, sehr klar. So, eigentlich glaube ich, bis auf die Bayern-Fans jetzt, würde ein neuer Deutscher Meister uns allen gut tun. Da müssen wir, glaube ich, alle jetzt mal gar nicht drüber reden. Ich finde jetzt sogar, rein sportlich gesehen, ist es mittlerweile wirklich verdient. Ich finde Dortmund in der Rückrunde die deutlich bessere Mannschaft als die Bayern. Also was, wie die auch in Augsburg gespielt haben, ich finde gerade im letzten Drittel sieht man immer, wie viel Qualität eine Mannschaft hat. Das sind alle schön und gut, klar, gut verteidigen musst du auch, aber ich fand einfach auch die Attraktivität von der Art, wie die jetzt in der Rückrunde spielen. Die schießen ja teilweise Teams in der Serienweise ab 6-0 hier in Wolfsburg. Es ist momentan die bessere Mannschaft in Deutschland. Maus, Micky, Maus. Die Bayern haben den Trainerwechsel gehabt, haben unter Nagelsmann auch viel gewackelt, kommen mehr über das 1 gegen 1, über den Flügel mit Coman, Sané und schauen dann, dass sie in den Ball reinkriegen, oft sehr zerfahren. Und unglaublich viele Führungen auch verspielt. Untypisch, unglaublich untypisch für die Bayern. Für mich ist dieses Jahr, also wenn dieses Jahr Dortmund nicht Meister wird, wann denn bitte dann? Wann denn bitte dann? Und für mich, es würde wirklich der Liga gut tun. Ich habe auch eine gewisse Bayern-Sympathie. Wir in Augsburg sind ja hier praktisch Nachbarn. Damals, wo ich Kind war, habe ich nur den FC Bayern hier gekannt. Augsburg war in der Bayern-Liga. Da ist es noch ein bisschen geblieben, aber ich bin mittlerweile so, dass ich sage, Dortmund hat den Titel verdient. Auch sportlich. Für die Liga tut es gut. Und die Bayern werden nächstes Jahr, also müssen wir uns alle warm anziehen, wieder wahrscheinlich 80, 90 Punkte holen. Da bin ich mir sicher. 80 auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Dortmund dieses Tempo mitgehen kann. Aber dieses Jahr machen sie, glaube ich, auch den Sack gegen Mainz zu. Wenn sie das nicht machen, dann können wir uns, glaube ich, viele Jahre auf Bayern freuen als Meister. Weil das wäre wirklich total unverständlich, wenn das Dortmund verspielt. Gerade bei der Heimstärke. Die müssen Mainz schlagen. Wenn sie das nicht machen, Leute, verstehe ich die Welt nicht mehr. Tja, alles gesagt. Ich brauche es nicht alles nochmal wiederholen. Das Einzige, was ich hinzufügen kann, ich wünsche es mir auch und ich glaube auch daran, dass es Dortmund jetzt schafft, auch wenn ich vor dem letzten Spieltag nicht daran geglaubt habe, weil ich nicht daran geglaubt habe, dass Bayern gegen Leipzig verlieren würde. Aber wie gesagt, ich sehe es trotzdem, es ist ja richtig, auch dann so selbstbewusst zu sein, aber es ist immer mit Vorsicht, vielleicht sage ich das auch nur aus meiner härter Sicht, aber es ist mit Vorsicht zu genießen, wenn alle schon gefühlt die Meisterschaft feiern und du aber noch ein schwieriges Spiel zu gehen hast, auch wenn es für die Mainzer, die jetzt vier Spiele in Folge verloren haben, also jetzt haben sie auch noch gegen Augsburg, da hätte ich gedacht, hätten sie vielleicht auch nochmal stolpern können, wie öfter mal auswärts in Augsburg in der Vergangenheit, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber wie gesagt, manchmal, ich kenne es nur als Härte, aber wir sind ja auch ein anderer Klub, immer wenn wir dann mal den Mund aufgemacht haben, dann sind wir grandios gescheitert und ja, wenn nicht jetzt, wann dann, wann sollen sie es dann schaffen? Und was auch das Schöne ist, dass Terzic das geschafft hat nach einer Hinrunde, wo man auf Platz sechs stand, also wer weiß, was da auch, egal welche Abgänge da jetzt kommen, wer weiß, was da langfristig mit einem Terzic möglich ist, es hat halt gebraucht, aber es gab auch wieder Niederschläge, auch diese Niederlage in München, dann das erste Spiel von Tuchel, aber wie sie sich immer wieder zurückgekämpft haben, diese Saison, beweist mir auch, dass es mit dem Trainer gut funktioniert, ich bin gespannt dann auch auf die nächste Saison, aber jetzt sollten sie sich erstmal auf Samstag konzentrieren und da bitte zumindest mal jetzt eine Saison das holen. Ja, ich hoffe ebenso, dass Dortmund das holt, ich glaube auch dann, dass die Dortmunder das machen werden, ich glaube nicht, dass die wackeln, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, ich glaube, das wird eine Riesenparty, ich freue mich auch schon wirklich sehr darauf und das überhaupt nicht mit Schadenfreude gemeint, aber es ist so nach diesem ganzen Nagelsmann-Verlauf, ich kann das nur immer wieder sagen, wie man da mit dem umgegangen ist und auch was es alles für Presseartikel danach gab und wie jetzt auch geschrieben wird, finde ich auch immer echt fast schon amüsant, wenn du das gegenüberstellst, da könnte man so viele Screenshots nebeneinander stellen, da würde man sich glaube ich wahrscheinlich kaputt lachen, aber ja, es gibt ja auch viele, die das auch immer noch ein Stück weit da vielleicht anders sehen, was ja auch vollkommen legitim ist, aber ich kann nur sagen, wie gesagt, wenn du 2012, 2013 angefangen hast, Fußball zu gucken und kennst nur Bayern als Meister und jetzt kommt erstmal ein neuer Meister, den Jungs musst du erstmal erklären, dass sowas erlaubt ist, also dass die das überhaupt verstehen, ja, geht tatsächlich, kann auch nochmal jemand anders sein. Ja, eigentlich, also laut Bayern ist es gar nicht erlaubt, glaube ich, aber umso schöner finde ich das und ich würde es mir auch wirklich wünschen, dass wir in den nächsten Jahren öfters mal auch andere Meister sehen, auch vielleicht mal überraschend jemanden, es ist, weißt du, wenn wir über Überraschungen reden, wir reden über Überraschungen, dass Union, Berlin und Freiburg um Champions-League-Plätze spielen, da kann man auch über Überraschungen reden, warum nicht, vielleicht dass es auch mal oben eine Überraschung gibt, das wäre unfassbar toll, damals hat man auch niemals geglaubt, dass einige Mannschaften überhaupt da hochkommen und, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn sich das Ganze ein Stück weit da zurückkehrt, ich finde auch, dass es teilweise ein Stück weit zu statisch geworden ist um Meisterschaftskampf, um Regionen, so viele Leute schreiben Tabellenplätze ab aufgrund von Statistik und Etat beim besten Willen, weil es hat das, also natürlich kannst du mit einem höheren Etat eine gewisse Qualität reinholen, aber du bist ja am Ende immer noch eine Bundesliga-Mannschaft mit elf gegen elf und kannst immer noch an einem guten Tag jeden schlagen, es kann auch immer mal sein, dass jemand, der einen viel höheren Etat einen schlechten Tag hatte, nicht umsonst, hat letztes Jahr sogar Bochum gegen Bayern gewonnen, wer kann da über Etat reden, wer kann da über Statistiken reden, das ist laut diesen Dingern unmöglich gewesen, das ist aber passiert und das ist doch das Schöne am Fußball und das ist viel zu sehr ins Hintertreffen geraten und deswegen würde ich mich total darüber freuen, wenn das Ganze wieder in so eine Richtung verlaufen würde und wir da auch in der Zukunft mehr Überraschungen sehen werden. Ja, absolut, gerade so eine, das kennen viele gar nicht mehr, eine Meisterschaftskonferenz am letzten Spieltag plus Abschließkampfkonferenz, wo es so hin und her geht, jede Minute kann was passieren, manchmal passiert ja in derselben Minute ein Tor in beiden Stadien, das gab es ja auch schon, die Bayern haben ja auch Schalke mal richtig wehgetan, ich weiß nicht, ob Schalker da sind, Last Second Tor, ich habe das damals auf dem Teletext noch aufs Kind verfolgt, Rudi Assauer schon gefeiert, absolute Legende natürlich im Fußball, damals noch in dem alten Stadion, das waren Szenen und ich habe nur am Teletext damals das verfolgt und dann sehe ich, auf einmal steht 1-1 Bayern nur da, ich dachte, das ist ein Fehler, weil ich dachte, das Spiel ist schon abgefiffen und dann siehst du, nein, Andersson hat wirklich noch getroffen, damals hatten wir ja alle nicht diesen Fernseher, Wahnsinn, Wahnsinn, ich hoffe einfach im Sinne des Fußballs, es kann ja auch Bayern Meister werden, Gottes Willen, aber diese Spannung da hinten raus am letzten Spieltag zu haben, gerne auch drei Teams, damals gab es ja einen Meisterschaftskampf, wo Schalke, Dortmund, ich glaube noch Kaiserslautern teilweise, ich weiß nicht, ob es da laut, Leverkusen, es waren einfach mehrere Teams oben dabei, Bremen ja auch lange Bayern ärgern können, es waren einfach mal zwei, drei Teams auch oben lange mit dabei und dann haben sich erst zwei abgesetzt an den letzten zwei, drei Spieltagen, das will man wieder haben und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass viele Teams so ein bisschen Mut schöpfen, die gesehen haben, jetzt Bayern kann man doch ärgern, Bochum hat es vorgemacht, wir in Augsburg haben Bayern phasenweise die Bayern hier zu Hause geschlagen, sogar mit Lewandowski und Co., es geht, man darf sich nur nicht einscheißen gegen die, man muss halt mit Herz spielen, ich habe immer das Gefühl gehabt, auch die letzten Jahre, dass man sich viel zu oft von den Bayern dann einfach zerstören lassen hat, viel zu defensiv, erschüttert vor Ehrfurcht und Angst, dass es hier einfach nur über das Überleben gibt, jedes Fußballspiegel, jede Mannschaft in der Bundesliga kann kämpferisch und taktisch dagegen halten und es zumindest einem schwer machen und ich hoffe, dass alle Teams dieses Jahr gesehen haben, im Sinne der Liga, gegen Bayern kann man auch in München gewinnen, das war damals, irgendwie hatte ich da das Gefühl, man fährt nach München und bittet nur, dass man nicht abgeschossen wird, nein, geht raus, spielt Fußball, die sind, alle sind stark beim, Gottes Willen, wir Augsburger sind gerade mal, wir können zwei direkte Duelle nicht, wir sind ein Beispiel dafür, wie man große Teams phaseweise ärgert, Dortmund hat jetzt vor dem Spiel, in den letzten vier Spielen, dreimal gegen Augsburg nicht gewonnen, man kann Top-Teams ärgern, man muss es wollen, man muss daran glauben, das können wir und im Sinne des Fußballs, im Sinne der Liga, hoffe ich wirklich, dass es, mehr Meisterschaftskämpfe auch oben gibt, nicht nur Abschließkämpfe, weil das war seit langem die geilste Saison, die ich erlebt habe als Fan und das ist wirklich, ich genieße es, wir als Augsburg natürlich gerne jetzt raus, aber insgesamt ist es für einen neutralen Fan einfach nur geil, für uns als Creator ja auch, es gibt es noch nichts Schöneres, als über spannende Themen zu reden und nicht über Meister am 30. Spieltag. Oder sogar vorher, das ist ja dann auch so ein Ding, also wenn du dann, weißt du, wenn du teilweise Meisterschaften entschieden hast, gefühlt vier Spieltage vor Schluss, das ist doch scheiße, so deswegen, es sei denn, das ist mal eine Überraschung dabei, dann nehme ich das auch mal gerne, wenn es mal ein ganz anderer wird und der sogar frühzeitig Meister wird, umso schöner, aber auf Dauer und dann immer wieder derselbe, das ist einfach, ja, ich finde es aber auch gut, was du gesagt hast, ich glaube, dass man eben da wirklich auch sehen muss, wie auch viele Vereine, auch Gladbach, wie oft haben die Bayern geärgert und die machen das, auch diese Saison, in einer absolut schlechten Phase, also in einer Saison, wo nichts geht bei Gladbach, schaffen die es trotzdem auch immer noch, die Bayern wenigstens zu ärgern, so und das ist sowas, wo ich auch immer wieder sage, das wünsche ich mir bei allen Mannschaften, ich muss auch zugeben, dass ich jetzt in der Rückrunde, bei Geni Bayern spät, von Anfang an gesagt habe, oh, das wird gar nichts, ich hoffe einfach tatsächlich, auch genau, was du gerade gesagt hast, diesen Klassiker, bitte aber nicht abgeschossen werden und gut auftreten, guten Auftritt war mir wichtig, warum war das aber so, weil ich an uns selber gezweifelt habe, weil wir selber eben so eine, so ein Jahr 2023 gespielt haben, das ist halt das Problem dann, wenn du halt bei dir selber überhaupt nicht läufst und dann kommen die Bayern, dann ist es glaube ich eine unfassbar schwierige Situation, aber leider ist es ja auch oft so, dass selbst Vereine im absoluten Lauf sagen oder weißt du, drei, vier Tage ungeschlagen, dann kommen die Bayern und dann rechnet man schon mit einer Niederlage, das ist halt extrem schade, ja und deswegen, ich würde mich brutal freuen, wenn das in der kommenden Saison auch oben spannend bleibt, vielleicht man sogar drei, vier Vereine da mitzählt in einem aktiven Meisterschaftskampf, ja. Wäre ein Traum, wäre ein Traum für uns alle, ich sage es immer wieder, es ist ein gutes Zeichen an die Liga, jetzt wie die Saison verlaufen ist und man muss einfach hoffen, dass es so bleibt, ich hoffe einfach auf keine Übermacht der Bayern nächstes Jahr, weil sie sind einfach finanziell und auch von der Struktur schon sehr überlegen, wenn man das vor zehn Jahren war das noch nicht so extrem der Fall, also die können nächstes Jahr, glaube ich, habe ich das Gefühl des Festgeldkontos und endlich auch, da muss man halt ein bisschen hoffen, dass die Transfer vielleicht nicht so extrem hitten, aber es wäre einfach top, also die Fantasie ist da, wenn ich auch so Trainer sehe, zum Beispiel den Kölner Baumgart, den finde ich ja herrlich, der hat so oft schon Münden geärgert und die müssen ja jetzt erstmal nach Köln, da bin ich auch, ja, lass mal die Bayern da, ich habe ja gesagt, selbst wenn Bayern Tabellenführer ist, jetzt hätte ich auch nicht gedacht, was sie gegen Leipzig verlieren, dann hätten die erstmal in Köln was holen können, weil der Baumgart hat sich nie eingeschissen vor den Bayern, der hat auch in Münden mal einen 2-2 geholt und so muss es sein, also gerade auch die Trainer, die Teams sind wirklich gefragt, egal wie gut die Bayern sind, im Sinne der Liga, auch in München, ich sage es immer wieder, an sich zu glauben, dann können wir Spaß haben an der Liga, aber wenn wir nächstes Jahr wieder anfangen, nach den ersten vier Spielen, gewinnt Bayern vielleicht die ersten vier und dann scheißt man sich ein, dann haben wir schon verloren als Fans. Genau. Absolut, hast du auch gut auf den Punkt gebracht. Es kam vorhin noch mal die Frage rein, ob wir über den also geliebten VRR nochmal sprechen wollen. Oh nö, nicht noch. In Bezug auf die kommende Saison. Sollte sich daran was ändern? Ja, nein? Mögt ihr den VRR? Felicio hat lange nichts mehr gesagt, fang doch gerne mal an. Gibt es in der zweiten Liga ja noch? Ja, ne? Ja, in der vierten Liga gibt es den glaube ich nicht. Also eigentlich, ja, was soll ich dir sagen, am Ende hat er ja richtig entschieden, bei Hertha gab es ja auch wieder eine Entscheidung. Das nicht gegebene Tor war ja dann am Ende eine richtige Entscheidung. Es macht es natürlich in so entscheidenden Phasen schon fairer. Also ich hätte mich natürlich gefreut, wenn es den in der Situation nicht gegeben hätte, aber es geht um so viel. Ich weiß nicht, wie ich ihn modifizieren kann, dass er für weniger Diskussionsstoff sorgt, aber so wie es derzeit ist, ich habe es ja schon oft gesagt, so wie es derzeit ist, geht es halt nicht. Was man auf jeden Fall lassen sollte, sind so diese Abseitsentscheidungen, die über die kalibrierte Linie kommen, meiner Meinung nach, weil das kann das menschliche bloße Auge nicht so perfekt immer richtig erkennen wie eine kalibrierte Linie. Also finde ich das okay, da kann man auch weiterhin überlegen, hier diesen Vorschlag, den es mal gab, den auch mal Arsend Wenger gebracht hat, ob man da eine gewisse Kulanz einbaut, damit das noch menschlich bleibt, aber wie hoch soll dann diese Kulanz sein? 5 Millimeter, 10 Millimeter, was auch immer, oder eine Fußlänge oder keine Ahnung was, das kann man alles überlegen. Ähm, ja, also ich finde, man muss ihn nicht ganz abschaffen, aber so wie es ist, funktioniert es halt einfach nicht. Aber er wird sowieso nicht abgeschafft werden, ähm, weil das ja auch kein Thema ist, was jetzt nur die Bundesliga entscheiden kann. Ich weiß auch gar nicht, ich gucke ja viele andere Ligen, ob andere Ligen da genauso krasse Probleme mit haben wie wir. Ich meine, wir haben es in der Champions League auch schon bei vielen Entscheidungen teilweise gesehen. Ich finde aber einfach auch, dass die Schiedsrichterqualität an sich abgenommen hat, ob die einfach überfordert sind, ob es daran liegt, dass sie durch den VAR verunsichert sind. Ich weiß es nicht, woran es liegt, aber ich finde die Qualität der Schiedsrichter deutlich schwächer als zum Beispiel noch so in meiner Jugendzeit, wo ich mich natürlich noch viel mehr über Schiedsrichter aufgeregt habe in meinem jugendlichen Alter. Aber da waren die Schiedsrichter viel klarer in ihren Entscheidungen. Es gibt für mich viel zu viele Schiedsrichter, die nicht ansatzweise das Niveau von einem Bundesligaschiedsrichter für mich, für meine Begriffe haben. Und ich würde da jetzt auch keine Diskussion aufmachen. Hier gab es ja diesen Zwiss zwischen Gräfe und Aytekin. Aytekin ist für mich ein Schiedsrichter, wie ich ihn mir wünsche in der Bundesliga, der auch was ausstrahlt. Und der wird auch Fehler machen. Jeder Mensch macht Fehler und das kann man dann auch mal verzeihen. Aber der ist halt auch eine Persönlichkeit und sowas brauchen wir einfach mehr. Ich habe aber auch schon gehört, dass es teilweise echt Nachwuchsprobleme im Schiedsrichterbereich gibt, weil du musst ja auch irgendwo anfangen mit Schiedsrichter da sein. Und gerade in den Amateurliegen ist es ja teilweise echt hart für einen Schiedsrichter. Und auch später dann, der Druck wird immer größer. Also ich glaube, dass wir natürlich auch da Nachwuchsprobleme haben. Es gibt viele Probleme, die wir von Schiedsrichterseite lösen müssen, inklusive das VAR-Thema. Aber grundsätzlich für gewisse Entscheidungen würde ich ihn belassen. Es ist nur die Frage, welche Entscheidung sollte man vielleicht weglassen. Vielleicht sollte man wirklich einfach überlegen, Tatsachenentscheidungen dann so zu belassen, außer Abseits und Torlinientechnik. Weil du wirst die Handregel, da können wir noch so oft drüber diskutieren, du wirst die niemals so klar formulieren können, dass es da keine unterschiedlichen Wahrnehmungen gibt. Das geht einfach gar nicht. Es sei denn, du sagst, es ist immer Hand, wenn er den Ball berührt, was ja völlig sinnfrei wäre. Oder es ist nur, du wirst immer einen Interpretationsspielraum haben. Und früher hast du dann einfach gesagt, es ist Auslegungssache, er hat es in der Situation so gesehen. Ja, ist jetzt halt so. Früher, jetzt ist es so, jetzt wird immer jeder Millimeter überprüft und dadurch wird dann die Regel auseinandergenommen und dann hast du am Ende Diskussion, Diskussion, Diskussion. also ich würde ihn behalten, aber wahrscheinlich auf gewisse Entscheidungen reduzieren. Aber es wird eh nicht passieren, meiner Meinung nach. Ja, also das ist geil auch. Mich hat es ja jetzt am Wochenende auch wieder getroffen im Spiel gegen Dortmund mit der roten Karte, die für mich nur vertretbar war, aber viel zu hart. Bleibe ich dabei. Das Ding ist, die Schiedsrichter machen Folgendes aktuell, das fällt mir mega auf. Die warten eher mit dem Pfiff und lassen dann den VAR entscheiden. Die wissen ja, dass der eingreift oder halt nicht. Und das ist das Problem. Die haben sozusagen, ich hätte einer geschrieben, die Eier, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart ausgerückt, aber ja, es ist genau das. Sie tun weniger entscheiden und lassen mehr die Leute vom Bildschirm machen und darauf verlasten sie sich. Das fällt mir mega auf. Dann ist ein Riesenproblem, ich soll kein Geheule sein oder Geweine, ich habe aber jedes Spiel von Augsburg dieses Jahr geguckt. Wir haben eh schon diesen Ruf mit den vielen gelben Karten und Fouls. Der Ruf eilt schon voraus. Die zücken bei uns teilweise in der zweiten Minute gelb. Gestern, der Haller hat in dem Spiel von hinten mal reingetretenen Augsburger. Wir hätten dafür 100% schon gelb gesehen. Der kriegt nicht mal das Gelb. Nur ein Beispiel. Dann die rote Karte. Das waren aber tausend Szenen. Ich habe das Gefühl, bei uns waren 95% 50-50-Entscheidungen immer gegen uns gefiffen, wenn der VAR eingreift. Das ist auch der Kleine. Bei Bayern würde das nicht so gefiffen würden. Es sind viele Probleme. Und jetzt Hand aufs Herz. Hand aufs Herz. Wenn jeder den Elfmeter gesehen hat, die rote Karte für Augsburg gegen Dortmund. Hätte Dortmund da rot gesehen? Hätte ein Augsburg... Andersrum. Nein, hätten sie nicht. Weil er hätte gesagt, Süle kann den noch einholen. Da steht der daneben. Bei Augsburg... Wie meinst du den Freistoß? Der Freistoß. Entschuldigung, ja. Bei Augsburg wurde nicht mal geguckt, ob es wirklich rot ist. Es wurde einfach gesagt, Notbremse gibt den Rot. Es war... Und dann... Jetzt hole ich euch das Zitat an, was die DFL dazu gepostet hat. Sie waren sich nicht sicher, ob das eine Notbremse war. Es wurde sogar jetzt von der DFL selber geschrieben. Ich tue mal kurz das Zitat raus. Und das macht mich nur noch verrückt als Fußballfan. Nur ein Spielsperr. Burekrat Begrückelung schreibt das DFB-Sportgericht. Da Zweifel an der Offensichtlichkeit der Torchance und deren Verhinderung durch das Faustspiel bestehen, redet sich das Mindestmaßstraf angesetzt. Da kriege ich das Kotzen. Da kriege ich das Kotzen. Man war sich ja nicht mal sicher. Warum schaut man sich das dann an? Nicht an zumindest, ob es wirklich rot war. Das ist Spielentscheidend. Das sind der ersten... Im Stand von 0-0. Und bei Augsburg gibst du da rot. Es ist Fakt. Und ich gehe auch nicht mehr zurück mit dieser Meinung. Wäre das andersrum passiert. Und sogar Toxi hat gesagt, er sieht es genauso, dass Feen nicht rot ist. Toxi, der die Pölers, Dortmunder YouTuber, der das Spiel auch emotional verfolgt. Andersrum, Hand aufs Herz, hätte dort hier nicht rot gesehen. 100%. Das kann ich so nicht mehr akzeptieren. Und ich finde es total schade, dass es so ist. Aber mittlerweile ist das so. Und es gibt einfach keine Linie. Bei den Handspielen müssen wir gar nicht mehr, glaube ich, reden. Da wird mal so, mal so entschieden. Der Fan fühlt sich total verarscht. Also ich fühle mich teilweise wirklich, als Augsburger weiß ich, wenn es eine 50-50-Entscheidung gibt, es wird nicht für uns gepfiffen. Es ist komplett egal, was. Es wird dann eher gepfiffen. Bei 10 von 9 Fällen gegen uns. Es ist so. Und wenn man sich an die direkten Duelle, machen wir mal das Beispiel von Dortmund und Bayern erinnert, wie oft wurde pro Bayern da gepfiffen im 50-50-Duell? Da ist ja Emre Can teilweise ausgeklärt nach den Spielen. Und ich verstehe es sogar. Es gibt auch immer dieses, ich bin kein Freund, ich bin wieder bei Tatsachenentscheidungen mehr. Bei Abseits und Toll-Linien-Technik gehe ich bei Felicio komplett mit, aber der Rest muss wieder zur Tatsache. So wirkt es noch alles verkappter und komischer. Und ich bin wirklich nur noch, also VIA macht mich nur noch fertig. Zwei, drei Sachen habe ich noch zu sagen. Lucky Pantelic haut 100 Bits raus und schreibt rein dafür, Videoüberprüfung nur zweimal pro Spiel auf Antrag pro Trainer. Ich würde es umformulieren, oder so wie ich es gut finden würde, Videoüberprüfung kann von mir das ganze Spiel sein, aber zweimal im Trainer, dass der Trainer, zweimal im Spiel, dass der Trainer die Chance hat, das zu überprüfen zu lassen, wenn man eben meint, uh, da sollte man sich aber auf jeden Fall nochmal angucken. Anschauen. Genau. Ja, dass das auf jeden Fall möglich ist. Und ich bin in einer Hinsicht anderer Meinung, wir sollten also unbedingt über das Handspiel nochmal reden und das auf gar keinen Fall sein lassen. Ich kann mich damit auch niemals zufrieden geben mit dieser Handregelung. Ich finde es eh schon krass, dass wir als Fußballfans und wir machen das alle drei auch, wir machen das alle, im Allgemeinen machen das leider, dass sobald die Hand am Ball ist, so im Sechzehner, brüllst du in dem ersten Moment, Elfmeter, Handspiel. So, warum ist das ein Handspiel? Du stehst seitlich vom Sechzehner, der Ball würde ins Tor ausgehen, nicht mal in Torrichtung, der Ball fliegt an die Hand. Heute, Stand heute, wir rufen alle Elfmeter. Stand vor zehn Jahren, ja, was wäre passiert, der Ball ist eben aus, reg dich nicht auf. Das hättest du zu den Kumpels gesagt. Da hättest du niemals gesagt, Handspiel, Elfmeter, niemals. Und da ist für mich sowas, ich würde das komplett sein lassen. Ich würde, diese Auslegungssache, die du auch vorliest, sogar eben meintest, ich würde es komplett runterstufen. Handspiel im Sechzehner wird nur gefiffen, wenn der Ball aktiv zum Ball geht. Wenn du eine Bewegung machst zum Ball, um den absichtlich zu verhindern, in Tornähe zum Beispiel zu kommen. Also, wenn du schießt und jemand zieht die Hand hoch, verhindert das Tor dadurch. So, dass du wirklich siehst, das ist eine ganz klare, für jeden erkennbar, auch im Videobeweis dann, für jeden erkennbar, ganz klares Handspiel und Verhinderung eines Tores. Dann gibst du Elfmeter. Fliegt der Ball durch eine Flanke an die Hand ran, gehört für mich zum Körper. Fertig. Lass es mir zum Körper. Du hast die Hand ja, du hast ja nun mal Arme. Es ist doch eh schon bescheuert, dass die Verteidiger so verteidigen müssen. Weißt du, dass die... Aber das, was dann wieder das Problem ist, dass wenn der VAR da ist, dann sagt wieder irgendeiner, ja, aber er hat ja nicht mit Absicht die Hand dahin gemacht, sondern das war in der Bewegung. Dann hast du wieder Interpretationsspielraum, weil sobald du immer alles danach analysierst, du kannst nie irgendwas ausschließen dann, außer einer macht wirklich den Torwart-Move. Ja, es geht ja um die aktive Bewegung zum Ball. Also wenn du jetzt schießt und du siehst, dass der Verteidiger seine Hand dahin zieht, wenn er im Sprung ist und der Ball, die Hand so oder so oben ist, dann war die auch vorher oben. Weil er die braucht... Du springst nicht so. Du springst so. Und wenn dann der Ball an die Hand kommt, scheißegal. Ich würde da scheißegal sagen. Ich brauche dafür auch keinen Elfmeter. Das verhindert für mich auch nichts. Das ist in 90% der Fällen, wo jetzt mittlerweile Elfmeter gegeben wird, gäbe es kein Tor. Das Schlimme ist, es gäbe nicht nur kein Tor, es gäbe teilweise nicht mal eine Torschance. Es geht teilweise um Flanken, es geht teilweise um Verzweiflung der Spieler, die wirklich einfach nur noch halb hoch reindrechen. Aber es geht nicht mehr darum, ein Tor zu verhindern bei einer Hand. Und deswegen diesen Interpretationsspielraum, den du gerade auch meinst, den kannst du massiv einschränken, wenn du da eben von vielen weggehst. Weißt du? So, weil aktuell ist es so, dass alles, was irgendwie Hand an Ball ist, ist Elfmeter. Warum denn? Warum sagen wir das denn? Also warum machen wir das denn? So, das ist dann am Ende, das ist der einzige Satz, der das begründet. Und das, was du auch von allen hörst, Regel ist Regel. Willst du das im Fußball als emotionale Sportart, als etwas, das wir alle lieben und leben, so, das will doch keiner. Man will das für sich selber ja auch nicht. Im Endeffekt ruft man das gerade nur rein, weil es halt gegen einen ja auch gefiffen wird, weil man sich sonst ja auch unverbandet wird. Da sind wir auch wieder bei dem Thema. So, und genau das, was du gerade hattest, Tennis mit diesen fünf von zehn Entscheidungen werden gegen einen gefiffen, das hat gefühlt jeder Fußballfan in dieser Saison gehabt. Das ist nicht nur bei Aufschluss, bei allen ist das so, weil da halt so viele Umstimmigkeiten sind. Es werden Sachen so krass anders gefiffen. und deswegen fühle ich das auch total, weil wir hatten das auch schon, das haben viele Vereine jetzt, gerade in dieser Saison, dieses VAR-Thema ist jede Woche auf dem Tisch und anstatt, dass man gewisse Sachen auch entgegenwirkt, ist der Plan bei vielen, wenn man das mal so raushört, weitere Regeln zu schaffen. Wie viele Regeln willst du noch einführen in den Fußball? Wo willst du hin? So, es muss ja auch irgendwo ein Ende geben. Lass den Fußball bitte Fußball sein auch. Lass die Emotionen bitte auch Emotionen sein. Du nimmst eh schon extrem viel weg durch diesen VAR. So, und trotz dessen kannst du ja dann nicht sagen, ja okay, dann baue ich da das nächste ein, da das nächste ein, da das nächste. Nein, geh zurück von gewissen Positionen. Das hat auch nichts mehr mit Fußball zu tun. So, und ihr seht das selber, wie viele, jetzt mal auch so, wie viele bescheuerte Fußballer da auch, Fußballer einfach diesen Ball halb hoch reinschießen und auf, wie auf Kommando. Wenn der Ball halb hoch gegen irgendwen trifft, alle heben erst mal die Hand, weil die genau wissen, ah, da wird jetzt drauf geguckt. Scheißegal, ob das eine Situation war, das interessiert niemanden. Waren Finger dran, Handspiel, Elfmeter. Und das kann es nicht sein, das ist für mich geisteskrank. Bin ich auch so, ich will nur noch mal reinwerfen, könnt ihr ja gleich noch mal sagen, wie ihr das seht, dann kann ich mir nebenbei einen Tee machen und euch zuhören. Es ist auch so bei, vielleicht ist es auch einfach, also jetzt nur noch mal Gedankenspiel, ich kann ja auch mal so sagen und mal so sagen, man muss ja nicht immer fest in Stein gemeißelte Meinung haben, sondern so wie Brainstorming. Ich finde wirklich, das Problem ist, dadurch, dass du keine Tatsachenentscheidungen mehr hast, wirst du dich immer ungerecht fühlen, weil, sagen wir mal, ein Faulspiel, ein Faulspiel ist eine Gefühlssache, hat der Schiedsrichter das Gefühl, dass er dadurch nicht mehr an den Ball gekommen ist. Wenn ich da zehn Super-Slow-Mos sehe, sieht erstmal alles brutaler aus und schwieriger aus. Im schnellen Bewegtbild, wo es nicht in Slow-Mo ist und auf dem Spielfeld kann er das vielleicht sogar manchmal richtiger einschätzen, weil er sagt, er muss da nicht aus dem Tritt kommen oder keine Ahnung was. Oder der eine Schiedsrichter sagt, er hat eine weiche Linie und pfeift halt jedes Trikotzupfen ab, dann ist es eben mal so ein Schiedsrichter. Und der andere Schiedsrichter, der muss dann aber auch durchgehend so pfeifen und der andere Schiedsrichter hat eine Linie mit, du grätscht einen da ziemlich hart um, aber sagt trotzdem eben Ball gespielt, dann ist es in diesem Spiel so, dann können sich die Spieler darauf einstellen. Aber wenn du immer den VAR zurate ziehst, dann vergleichst du halt auch den Schiedsrichter mit der Linie, mit dem Schiedsrichter mit der Linie, da, da, da. Und so wirst du halt dich auch immer ungerecht fühlen. Oder du vergleichst es mit dem letzten Spiel, wie da der VAR gepfiffen hat. Vielleicht funktioniert das auch einfach gar nicht im Fußball, weil es auch vom Schiedsrichter-Dasein gefühlt ist und vielleicht sind sie deswegen auch so verunsichert und lassen lieber erstmal laufen. Hier dieser Brüch hat im Doppelpass gesagt, er pfeift voll oft, wenn er was nicht gesehen hat, nach Gefühl. Eigentlich krass, dass er das so gesagt hat. Aber eigentlich ist es ja auch so. Er sieht nicht alles immer perfekt, aber er pfeift dann eben so, wie es ihm vorkam. Auch wenn er vielleicht die andere Seite des Arms gar nicht gesehen hat. Und so war ja Fußball früher auch. Dann gab es noch einen Linienrichter, okay. Aber das war es dann halt. Ja, genau. Und das ist ja genau das. Also wollen wir das nächstes Jahr wirklich noch so weiterführen und packen? Wollen wir das wirklich noch? Es ist ja das Problem, es ist so viel da in Interte. Also mal so, mal so gepfiffen. Erinnert euch doch jetzt bloß mal an die Szene. Also ich fand das geisteskrank. Der Elfmeter für Schalke in Mainz in der letzten Sekunde wurde ja dann eingegriffen, der Elfmeter gegeben. Wie viele Meinungen gab es da eigentlich, die sagen, das war ein ganz klarer Elfmeter. Und wie viele gab es, das war nie und nimmer einer, darf der VAA nicht eingreifen. Es gab beide Seiten. Man versteht auch irgendwo beide. Die einen denken so, die einen denken so. Also ich finde in so einer Sache die Tatsachenentscheidung einfach besser, weil da die Wahrnehmung vom Schiedsrichter so auf dem Platz ist und dann lässt man es dabei. So haben sich wahrscheinlich die Mainzer und alle, die im Abschließkampf richtig scheiße gefühlt an dem Tag, dass der Pfiff gewählt wurde. Andererseits verstehe ich auch die Leute, die sagen, das war ein Elfmeter Zupf da so lang. Und das ist ja das Problem. Es war komplett 50-50. Ich und der Gast, mein Talkkollege, haben auch komplett andere Meinungen gehabt zu diesem Thema. Der eine hat ganz klar gesagt, so Elfmeter war das und der andere hat gesagt, nein, das war für mich eher keiner. Und das ist das Problem. Ich finde, wir müssen da schon versuchen, einen Schritt des Alters alles wieder einfacher zu machen und vielleicht sogar bei so engen Szenen echt zur Tatsache zurückgehen, weil sonst fangen wir nächstes Jahr gleich beim ersten Spieltag wieder so an. Und ich habe schon Angst vor dem letzten Spieltag. Schauen wir mal, was da wieder passieren wird. Ich sehe es schon wieder kommen, wie Nico sagt, dass irgendeiner den Ball an die Hand kriegt, obwohl der Ball 30 Meter übers Tor geht und dann zeigt er auf den Punkt. Und wollen wir so wirklich, dass Spiele entschieden werden? Ich weiß nicht. Ich finde es nicht gut. Mir, ich auch nicht. Also das ist der Wahnsinn. Wie gesagt, ich sage ja, ich kriege wirklich den Kopf jetzt bei diesem Thema, weil das so auf die Nerven schlägt. Und das ist ja das Schlimme. Das ist auch das Problem. Man muss es immer wieder ansprechen, weil sich nichts ändert. Und das muss im Fokus stehen, dieses Thema. Das muss im Sommer, in der Sommerpause besprochen werden. Da muss sich was ändern. was ändern. Und weißt du, selbst wenn du dem Video beweisst, die Macht ein Stück weit entziehst und wirklich sagst, damit der Schiedsrichter wieder alles von selber auch automatisch pfeift, dass er nur, der Videobeweis greift immer ein bei Abseits, wenn es dann doch irgendwie Abseits war, dass man da ein Signal bekommt, alles klar. Torlinientechnik auch, alles klar. Und sonst eben wirklich, dass man dann sagt, okay, wie jetzt gerade eben auch schon mal reingeschrieben worden ist, die Trainer haben jeweils zweimal von mir aus auch pro Halbzeit die Möglichkeit, wenn sie es denn dann machen wollen, das heißt ja nicht, dass du es machen musst. Das ist nur eine Option, dass sowas gegeben ist, um so eine Aktion zu ziehen, den Videobeweis zu Rate zu ziehen und sonst entscheidet einfach der Schiedsrichter. Diese Handgeschichten würde ich sowieso komplett vom Videobeweis wegnehmen. Du bist als Schiedsrichter auf dem Platz, entscheidest, entscheidest. Und wie gesagt, wenn es dann falsch ist, dann gib dem Trainer die Möglichkeit, das überprüfen zu lassen, weil du da, allgemein Macht rausziehen musst. Wie ja auch gerade gesagt, wenn ein Ball 30 Meter übers Tor geht, aber irgendeine Hand dran war, wieso, wo ist jetzt die Begründung, warum gilt das Elfmeter? Wenn wir das aus der Acht lassen, diese Aussage, ja, weil es Hand war. Lass das mal weg. So, was hätte diese Hand verhindert? Weißt du, es gibt nichts. Das ist ohne Grundlage. Das ist sowas geisteskrank. Mit dem sprichst du mir auch aus der Seele. Ich habe da eine Szene, das hat mich komplett gebrochen beim Thema VAA, das war aber noch Anfangszeit VAA. Ich werde sich viele nicht erinnern. Genau das, was Nico beschrieben ist, ist passiert. Champions League, Achtel, Viertel, ein Manchester United gegen Paris. Ein 95. Spiel, wo der Man Uss schießt. Rashford meine ich. Der Ball wäre ins Nirvana gegangen. Letzte Minute. Der Ball kommt aber an die Hand eines Pariser Verteidigers. Ich war froh, dass Paris rausgeflogen ist. Aber trotzdem war es nicht fair. Er gibt elf Meter. Der Ball wäre 30 Meter übers Tor gegangen. Begründung war, der Ball geht an die Hand und Paris ist raus aus der Champions League. Das ist für mich lächerlich. Das ist kein Elfmeter. Das sind Sachen, da müssen wir wirklich wieder mehr zum Sport selber zurückkehren. Da sind teilweise Pfiffe. Ich fand es auch krass, auch als Beispiel, ganz anderes Thema, die Nachspielzeit. Drehung finde ich ja grundsätzlich gut, dass man jetzt mehr nachspielen lässt. Habt ihr das Spiel Eisrum gegen Leverkusen gesehen? Ja. Acht Minuten waren ein Witz. Da musst du 20 dann geben. Wenn du schon konsequent das machst, wie Colina das gefordert hat mit der Nachspielzeit, dann sind das 20 Minuten. Der Schiedsicht, da ist ja auf jeden eingegangen, der da am Boden liegt. Von Italien hat das Spiel komplett kaputt gemacht für Leverkusen. Komplett. Wenn er das nachspielen lässt, dann verliert Eisrum vielleicht das Spiel noch zweit. Da hat er nur ein Tor gefehlt. Die hatten ja nicht den Hauch einer Chance da, in Leverkusen. Das gibt ja acht Minuten. Das sind Sachen für mich. So kann es nicht gehen. So geht es nicht weiter. Mir macht es dann auch keinen Spaß. Angeblich soll ja diese langen Nachspielzeiten tatsächlich ja nächste Saison stattfinden. Also angeblich soll das ja wohl kommen. Ja bitte. Ich wollte gerade sagen, ich habe da auch gar nichts gegen. Wir hören so Sachen vielleicht auch ein Stück weit auf. Vor allen Dingen, erinnert euch auch mal an diese Situation, die haben wir auch alle schon erlebt. Ich hasse das auch, wenn Bremen das mag. Die Saison war es glaube ich nur ein oder zwei Mal. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber ich hasse das so sehr, wenn das Spieler machen. Du führst mit einem Tor. Es ist vielleicht, sagen wir 87. Minute und die Spieler haben einen Konter, laufen mit drei Mann aufs Tor. Drei gegen drei. Anstatt das auszuspielen, spielen die bewusst zur Eckfahne, stellen sich da hin, blockieren das, machen einen absoluten Anti-Fußball. Das hat nichts, nichts, aber auch gar nichts mit Fußball zu tun und begründen das am Ende mit clever und über die Zeit gebracht. Das ist gar nichts. Das ist einfach nur abartig. Das ist, dass bei so Situationen übrigens auch Leute hochkochen. Ich will nichts irgendwie, also es ist völlig falsch, auch Becher zu werfen und so weiter, alles falsch, gar keine Frage. Macht das nicht, wenn ihr auch gerade zuhört und sowas macht, macht das nicht. Aber das Emotionen hochkochen, dass du auch die Leute, also dass du aus dem Effekt daraus rumbrüllst und die vielleicht auch anbrüllst und so, kann ich alles verstehen. mir geht es selber so. Also ich hasse das wirklich ganz, ganz schlimm und das, so Situationen, ich würde die auch nachspielen, das ist mir scheißegal, damit die lernen, dass das nicht mehr geht. Also das hat nichts mit Fußball zu tun. Bei Rom, weißt du, das war die Taktik von Anfang an, von Anfang an, dieses Ding irgendwie über die Zeit zu bringen. Dann musst du halt diese 20 Minuten nachspielen lassen, dann ist das so und jede, und das ist auch so ein Ding, was dann immer wieder außer Acht gelassen wird, wenn ja in dieser Nachspielzeit das weiter so geht, lass es weiter nachspielen. Das hat nichts mit Fußball zu tun, spiel Fußball. So, und wenn du meinst, dich mit zwei Abwehrlinien da vorzustellen und das zu verteidigen, mach es, aber dann mach es richtig und geh nicht dieses Bewusste, das sieht ja auch jeder, weißt du, das ist ja jedem klar. So, erinnert ihr euch damals noch an die Szene, ich weiß leider nicht mehr, welches Spiel es war, ich glaube, es war aber Nationalmannschaft, es war auf jeden Fall Nationalmannschaft, wo Immobile im 16er gefallen ist und sich so dreimal gerollt hat und dann ist das Torgefein, die waren am Jubeln, der hat gemerkt, oh Torgefein steht auf und jubelt mit. Das ist sowas, wo ich so denke, Digga, wo sind wir? Weißt du? Dass der sich nicht schämt. Ja, genau. Ich hätte mich gar nicht getraut, mich aufzurichten. Ja, schau dich, ich bin allein lieb geblieben, weißt du, ja, wenigstens Behandlung oder so, aber das ist, das ist wirklich, also das ist geil. Aber das Spiel ist ja, also das Leverkusen-Spiel ist ja dem Schiedsrichter entglitten, weil wenn du als Spieler merkst, dass du mit jeder, mit jedem, also das ist ja auf jedes, also weißt du, was ich als Schiedsrichter da gemacht hätte? Ich hätte, um den Stecker zu ziehen, so eine 50-50-Entscheidung einfach gar nicht als Foul gepfiffen und wenn ich dann Foul pfeife, dann hätte ich es eben auch nachgespielt, aber wenn du eben dann auch jede Nicklichkeit dann pfeifst, dann entgleitet dir halt so ein Spiel und ich muss auch sagen, für im internationalen Bereich waren die Schiedsrichter auch nicht viel besser, also auch dieser Schiedsrichter bei Bayern gegen City, der war ja auch eine absolute Katastrophe. Wo der dritte Wann von der Rot geben wollte, bei Omeccano und so, der hat den Fällig aus dem Spiel genommen, der Typ. Der hat den so gefressen gehabt, ey, und ja, also das muss besser werden und irgendwie, ich weiß auch nicht, also ich finde zum Beispiel Aytekin ist nicht so, dass Aytekin keine Fehlentscheidung gegen mich, gegen Hertha bisher gemacht hat, aber ich kann damit leben, weil er eine andere Linie fährt, weil er eine selbstbewusste Linie fährt und wenn er dann einen Fehler macht, dann steht er dazu, dann sagt man, ja bringt mir jetzt auch nichts, wenn er dazu steht, ja bringt mir auch nichts, aber wenn jeder Schiedsrichter so pfeifen würde, dann bräuchte ich gar keinen VAR, dann könnte ich mit den Tatsachenentscheidungen dann auch leben und anmodifizieren natürlich der Handregel trotzdem noch. Ich habe da beim Thema Aytekin noch kurz, das fand ich auch so lustig, wir waren die gelben Karten Rekordjäger in der Hinrunde, lag dann auch schon an uns, weil wir viel gemeckert haben, hatten uns ja auch selber genervt und dann kam ein Spiel Aytekin ins Stadion und da habe ich von weitem schon gesehen, das ist ja Aytekin, dann werden wir heute wahrscheinlich mal nicht eine gelbe Karte nach zwei Minuten kriegen, ich weiß gar nicht mal, welches Spiel das war, weil ich war fast in jedem Heimspiel dann am Ende, aber auf jeden Fall hatte Augsburg in diesem Spiel eine gelbe Karte und das ist so lächerlich, wir haben genauso hart gespielt, er will spielen immer Mann-gegen-Mann-Pressing, aber der hat einfach dieses Gefühl für, weißt du, der Pfeift, spielen sie da seiner Linie und macht das gut und er macht auch Fehler, wie du sagst, man verzeiht ihm das, der hat einfach diese Linie, der zieht die durch und komischerweise kriegt es der Mann hin, ich glaube, der hat jetzt auch von Kika in Not der 1 beim Bayern-Spiel gegen Leipzig auch bekommen, auch richtig gut gefiffen, finde ich, einfach klar durchgezogen, tolle Autorität, ja, aber an sich, die Allgemeinheit ist leider, wir sprechen jeden Spieltag, jede Woche über irgendwas, wo nicht passt und einfach uns Fragen zurücklässt. Ja, das ist ja das Traurige, also muss man ja auch ganz klar so sagen. Ja, das machen wir trotzdem zu, gerade mal, das VRR-Thema jetzt, das war auch sehr lange. Dennis, wie ist denn bei dir der zeittechnische Faktor? Ich würde jetzt dann langsam zum Feierabend kommen, also bis 11 war ja schon bei mir absoluter Peak, ja, genau. Weil wir haben nämlich sonst nur noch unser Tippspiel, jetzt möchte ich jetzt selber mal was rausholen. So, dann wärst du praktisch dann jetzt sozusagen vorher raus. Genau, da würde ich dann bei euch noch ein bisschen zuschauen und mich verabschieden in den Abend. Aber hat mir wieder echt mega viel Spaß gemacht. Man sieht ja, trotz anderen Vereinsfarben verstehen wir uns alle super. Im Sinne des Sports sind wir auch viel einer Meinung, dass ich da wirklich ein bisschen was tun muss. Gerade auch, ohne Witz, wenn ich so an, gerade nach Hertha an Felicio, weil ich da extrem mitfühle, so ein Abstieg nicht einfach ist, machst es ohne Witz wirklich richtig gut. Ich habe durch dich auch erst Sympathien nach Berlin bekommen und auch an deine Berliner Community auch Kompliment, weil ihr wart einer der Communities, wo mir kein einziges Mal negativ aufgefallen sind, obwohl ich über die Hertha ja zwangsläufig negativ sprechen muss auf dem Sportlichen. Und das finde ich richtig stark. Hier einfach toi, toi, toi an euch. Also habt mich wirklich, also du und die Community so weit gebracht, dass ich zumindest Hertha nichts Schlechtes wünsche. Und das auf jeden Fall. Das ist ja schon mal was Gutes für uns. Genau, genau. Absolut. Das ist wirklich ein Erfolg. Und was will man denn mehr als Creator, wenn man sowas schafft mit seiner Community, wenn man andere so überzeugt. Wobei Nico und mir, wir hatten, dir habe ich eh viel zu verdanken. Du hast mich damals in die Gruppe rein, der erste Talk gemacht. Du bist ein Megatyp. Ich finde es schade, was du auch ein bisschen so Erfahrungen hattest dieses Jahr mit den Reifen und was weiß ich alles. Absoluter Wahnsinn. Nico ist ein Hammertyp, der auch für uns Creator, so eine Plattform gemacht hat, dass wir überhaupt die Chance haben, hier diese Dialoge zu führen. Wir hatten halt leider dieses Geek-Witz-Thema, aber unsere Talks waren der Hammer, auch Offstream. Du bist echt ein Toptyp. Auch wenn er sich negativ über Augsburg äußert, heißt es nicht, dass er, glaube ich, die Menschen in Augsburg, es ist manchmal der Fußball, der ihn gestört hat und scheinbar, ich habe es nicht mitbekommen, äußert er sich ja schon besser über Augsburg, also wir machen Fortschritte und ich freue mich auf jeden Fall nächstes Jahr, wenn wir drinbleiben, falls wir drinbleiben, wenn es nächstes Jahr wieder aufs Aufeinandertreffen kommt mit dir und deinem Bremer. Auch wenn, glaube ich, da eine kleine Rehabilität ist, gehört aber auch zum Sport, wenn wir dazu. Also in diesem Sinne, Jungs, guten Abend und wir hören uns bestimmt noch. Danke, dass du da warst. Ciao, ciao an alle. Auch hier ganz liebe Kommentare übrigens im Chat, kannst du ja gleich mal lesen noch und danke für deine tollen Worte, ja? Ja, danke an euch alle an den Chat auch. Macht es gut, bleibt zu ihr seid, Männer. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Dennis, ciao. Jetzt muss ich hier rüber schwanken, sobald der Dennis raus ist. Jetzt, ciao. So, zack. Ah, guck mal, zweier Dings. Ja, wunderbar. Ja, Dennis, toller Typ. Wahnsinn. Auch gerne, natürlich jetzt auch für die Leute, die es bei YouTube im Nachhinein schauen, schaut sehr gerne bei seinem Kanal vorbei. ist, wie gesagt, wirklich noch am Anfang und ist genau richtig in diesem YouTube-Dialog, in dieser YouTube-Szene reingekommen, muss man einfach so sagen, weil er einfach, ich sag ja auch, auch Augsburg super vertritt, also das muss man einfach sagen, toll, gern gesehener Gast hier auch, also viele sehr sympathisch auch geäußert, finde ich toll, ganz viel Liebe auch von der Community hat bekommen, vielen lieben Dank, Leute und ja, dann bedanke ich mich natürlich erstmal nochmal bei euch allen, ey, danke für die ganzen Subs und Bits, die gerade eben noch reinkamen, war ja Wahnsinn und jetzt kommen wir gleich zu einem sehr, weil sie wussten, was jetzt kommt. Ja, weil sie wussten, was jetzt kommt, ja, also eigentlich müsste ich ja noch meine 100 Subs wieder voll machen, oder? Also ich meine ja nur, ich meine ja nur, mit dieser Qualität, die jetzt hier reinfliegt, Freunde, das habt ihr ja noch nicht gesehen, ich sag ja nur, ich meine ja nur. Wie gesagt ja, unsere Einzeltipps waren Katastrophe, aber die Tipps hier, die aus, ja, die waren gut. Die waren eigentlich gut, ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, was der Chat jetzt hier hat, raus hier Leute, was soll denn das jetzt hier hin, so, ich meine ja nur, ne, also ich würde, Digger, was denn jetzt, guck dir das an, Kaminski, ach du Scheiße, Kaminski, danke dir, mein Lieber, Mua, Knutscher geht raus, das muss jetzt hier einmal gesagt werden, geisteskrank, Kaminski, haut aus dem Nichts, hier kommt und, kam glaube ich gerade jetzt wieder rein, 50 Subs raus, Mua, Knutscher, Kaminski, du geile Sau, mega geil, Alter, ehrlich, Kuss, 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 das ist, absolut Liebe, auch diese Kaminski-Emojis sind wieder da, jawollo, alle die, die haben, gerne mal reinschicken, danke dir, mein Mester, ey, vielen, vielen lieben Dank, ehrlich, Kuss, 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 hat mich ja jetzt momentlang hier fast rausgebracht, also, kommen wir, das passiert mir auch immer, vor allem erschreckt man sich so, weißt du, das ist dann auch so laut, auf einmal 50, tschüss, ey, das ist ja Wahnsinn, Freunde, ähm, jetzt muss ich noch anfangen, so, ja, jetzt aber, jetzt habe ich mich hier im Kopf wieder, wir kommen zu dem wichtigsten Part dieses Talks eigentlich, ne, also dem qualitativ hochwertigsten auch, unsere qualitativen hochwertigen Tipps des Bundesliga-Spieltags, ich glaube, äh, dass es heute viele Unentschieden geben wird, meine ja nur, habe ich mal gehört, das weiß ich noch nicht, ich habe es nur mal gehört, äh, ich sage ja nur, aber, ich habe ja auch, oder es ist ja auch nur mal so, dass alle Spiele um 15.30 sind am Samstag, das heißt, alle zeitgleich, das heißt, wir müssen jetzt zeitgleich alle Ergebnisse sagen, ist ja klar, mag der Sinn, ist ja, hab alle gesagt, ja, seht ihr, habt ihr aufgeschrieben, das war's, wunderbar, schön, 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 Chat, ihr könnt natürlich gerne auch wieder mitzippen, man, alle YouTube-Zuscheinern, die das gerade sehen, schreibt eure Tipps natürlich unten in die Kommentare, tippt vielleicht auch danach, aber, wenn ihr Qualität wollt, dann natürlich uns nachtippen, ist ja wichtig und richtig, ist ja klar, ähm, wir sind jetzt vielleicht mittlerweile fast bei den 3000, ich will es nur mal so reinschmeißen, ihr könnt unter den ersten noch sein, und vor allen Dingen, lasst mal ganz viel Liebe auch, ähm, für Felice nochmal da, unten rein, ähm, der Junge braucht das gerade, also, Freunde, ganz wichtig, wir haben so wenig geschlafen heute, wir haben morgens um 7 Uhr das erste Video, ich war den ganzen Tag in Magdeburg, komm hier rein, direkt wieder in den Stream, ich wollte schon fragen, ob wir heute Nacht um 4 noch ein Video aufzunehmen wollen, Gute Idee, Gute Idee, man weiß nie, was so passiert in der Nacht, das sind diese Momente, die ihr so hinter der Kamera gar nicht mitbekommt, deswegen sitzen wir hier auch mit Augenriegen, bis zum Gehtnichtmehr, und sind eigentlich voll Game Over, äh, deswegen auch danke, dass alle, und so viele auch, wir waren durchgehend über 220 Leute hier im Live-Talk, das war schon echt richtig cool, äh, muss man sagen, weil, wir haben wirklich, das ist kein Spaß, wir haben uns heute morgen um 7 Uhr sowieso getroffen, um unseren Zweitliga-Talk aufzunehmen, weil wir es zeitlich nicht anders geschafft hätten, und konnten beide die Nacht nicht pennen, beziehungsweise auch aus unterschiedlichen Sachen, haben wir 2-3 Stunden Schlaf, und hängen hier immer noch, äh, äh, aber jetzt bin ich wieder wach, ja, 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 weißt du auch warum, weil jetzt die Qualitäts-Tipps kommen, so nämlich, und jetzt bin ich, jetzt ist der Fokus da, so, richtig und wichtig, dass das auch mal gesagt wird, ah, jetzt wird, jetzt geht's hier los, Dortmund gegen Mainz, sollen wir damit anfangen, ist eigentlich, was ist denn mit dir los, ist ja Quatsch, ja, ich wollte dich testen, fang doch mal mit dem Qualitäts-Spiel, nee, das machen wir jetzt, ja, mach mal nicht härter, aber mach mal was anderes, mach mal nicht härter, ich bin gerade am gucken, wo kein Abstiegskampf ist, und wo Dings, hä? Frankfurt, Freiburg, lass uns damit anfangen, okay, das, ähm, das kannst du machen, fang du doch mal an, ich will mal kurz was nachchecken, okay, Frankfurt gegen Freiburg, eine extrem schwierige Partie, Freiburg kann ja durchaus in die Champions League noch reinrutschen, also extrem wichtiges Spiel eigentlich für die, und ich habe auch kein Vertrauen an Frankfurt im letzten Spieltag, ich sage, Freiburg schmeißt alles rein, Christian Streich mit absoluten Megatrainer, es ist einfach ein geiler Typ, muss man sagen, brutal sympathisch, tolle Truppe aus Freiburg, ganz liebe Grüße an die Freiburger, ich glaube, dass die das Ding ziehen mit 2 zu 1. Ich glaube 3-1 Freiburg, ich glaube auch an die Freiburger, ich sehe es nicht, ich glaube die Frankfurter haben jetzt nach dem 2, hätten sie ja jetzt gegen Schalke gewonnen, dann wäre es nochmal was anderes gewesen, aber jetzt haben sie das Pokalfinale im Kopf und deswegen sage ich auch Sieg Freiburg 3-1. Dann machen wir 2-0, das ist so ungefähr die Mitte, das passt. 2 zu 0 für Freiburg, ey, wir haben irgendwie überall Beteiligung, ähm, vom Abstieg oder von oben, das ist ja Wahnsinn. Dann nehmen wir jetzt Hertha. Ja, ich wollte gerade sagen, das bleibt ja auch fast nichts, alles andere, ja, Union, Champions League können wir noch, ja, machen wir Hertha und Bremen, also mal früh, mal früh für die Leute, die jetzt vorgeskippt haben, ja, viel Spaß beim Suchen, sagst du ja. Wolfsburg gegen Hertha, soll ich oder willst du? Ne, ich fange an und ich sage dir, weil es natürlich für Hertha um nichts mehr geht, gewinnen die jetzt 3-1. und das wäre so, also das, aber ich fände es so genial auch, ne? Ne, das wäre absolut bodenlos. Das wäre absolut bodenlos. Ja, ich bin ja in Wolfsburg auch noch am Samstag, ich wünsche mir fast schon zu verlieren, weil dann rege ich mich ja noch mehr über dieses 94. Stell dir mal jetzt das Szenario vor, alles kommt so, dass wenn wir dieses Tor nicht bekommen hätten in der 94, dass wir nicht abgestiegen wären. Ja, da, also, ich kann nur sagen, für alle, die dies nicht wissen, 2010, glaube ich, wir sind eigentlich nicht de facto, aber eigentlich abgestiegen gegen Nürnberg, haben Auswärtsspiel danach, zu Hause gegen Nürnberg abgestiegen, haben Auswärtsspiel in Wolfsburg und haben 5-1 gewonnen. Ein Jahr, nachdem die Meister wurden. Also da war Wolfsburg jetzt auch noch nicht so schlecht. Ja. Ich finde, das war sehr clever. Was ist denn dein Tipp jetzt? Ne, 3-1, Hertha. 3-1, Hertha. Du bist da? Ja. Ich gönne dir den Sieg. Ey, ich gönne dir den Sieg. Gar kein Problem. Ich weiß nicht, ob ich mich da so rüber freuen kann, wenn ich ehrlich bin. Ja, weil, weil, verstehst du? Das ist Wolfsburg. Ich will nicht auf Wolfsburg tippen. Ich habe gar keinen Bock, auf Wolfsburg tippen. Ich sage, Hertha, mach das. In Wolfsburg nochmal sich vernünftig aus der Liga verabschieden. Vielleicht sieht man auch ein paar, was jüngere Spieler, ich weiß nicht, wie da so der Plan ist, aber kann sein. Ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen und dann wirklich mit vollem Fokus hoffentlich zum Wiederaufstieg. Ich drücke euch da ganz fest die Däumchen. Aber, wie gesagt, ich glaube dran, wir haben es auch geschafft, ihr schafft das auch. Das wird 2-0, Hertha tippe ich ein. So, gehen wir zur nächsten Partie über und zwar, wir machen jetzt Union Bremen, das passt auch noch. Union gegen Bremen. Ich fange mal an, dass ja Bremen, das ist, also ich sage mal so, wir haben den, wir haben es safe, also wir sind, wir sind safe im Prinzip. Unser Ziel ist, in Anführungszeichen, erreicht. Für Union geht es doch um die Champions League. Ja, wir werden keine Wettbewerbserzählung oder so machen, würde Werner sowieso nicht. also es würde sowieso auch, also da werden nicht groß viele Leute rotieren, kann ich mir nicht vorstellen. Weiser fällt aus, extrem bitter, absolut belebendes Element bei uns. Völkrug hat man auch da jetzt zuletzt gesehen, der ist nicht bei 100%, also das muss man auch klarerweise sagen. Grosso fällt aus, da spielt dann Gruhev. Das heißt, wahrscheinlich rechter Flügel dann, also rechter Außenverteidiger wahrscheinlich dann Bittencourt, weil unser Ersatzverteidiger ja auch nicht da ist. das kann nur lustig werden. Ja, ich kann, und Pipa fällt auch noch aus, muss man auch noch sagen. Was ist denn da los, Alter? Ja, der hatte letzte Woche schon Saison aus, kam raus, deswegen, im Leben holen wir in Union nichts, sag ich. Ich hoffe es natürlich, ist ja klar. Ach, SVW. Ja, ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Du musst einfach den Tipp hoch genug gleich hauen, Stay, fünfte Gelbe kommt auch noch grad rein, richtig. Alter, was? Bin mal gespannt, wer gleich die Fahne hochhält. Also mit Hoffnung, mit ganz viel Hoffnung sage ich, dass Bremen irgendwie vielleicht einen Punkt holt, aber realistisch getippt, 2-1 Union, klassischer Tipp übrigens bei Union, 2-1 Union. Boah, also sorry, aber das wusste ich ja alles nicht, was bei euch da für Spieler fehlen. Also ich hätte jetzt noch gesagt 1-1, aber also bei dem Lazarett an Fehlenden, also Pavlenka fällt auch aus? Keine Ahnung, weiß ich grad noch nicht. Das ist doch eine Wettbewerbsverzerrung hier. Das ist, also ich wollte eigentlich 1-1 tippen, aber also bei den ganzen Ausfällen, also sehe ich nicht. 3-1 Union. Ja, dann ich hab 2-1 gesagt, dann tippen wir wieder 2-0 ein. Das wird eine Serie werden, Jungs. Ich sag euch, Wochenende, alles geht 2-0 aus. Hört es, ihr habt es hier zuerst gehört, tippt es schon mal ein bei euch in die Kicktipp-Runde. So, ähm, dann gehen wir mal zuerst in den Meisterschaftskampf, weil ich Abschiedskampf interessanter finde und deswegen machen wir als erstes Köln gegen die Bayern. Toh, also jetzt nach diesem Spiel weiß ich gar nicht mehr, was ich bei Bayern sagen soll. Alles ist möglich. Jetzt könnte ich mir, das hätte ich vorher nicht gedacht, aber jetzt könnte ich mir auch, jetzt könnte ich mir auch die Mega-Blamage vorstellen für Bayern, dass jetzt auch noch Köln mit Baumgart zu Hause so richtig heiß auf die ist. Boah. 2-2. Ey, ich hab auch 2-2, ich hab 2-2 auch gehabt, ja. Ja, aber ich kann mir das wirklich vorstellen. Ja, ich kann mir das wirklich vorstellen. Ja, Baumgart wird heiß sein wie nichts, die haben extrem schnelle Spieler zum Kontern. So, Kain schlägt super Bälle. Selke wird wahrscheinlich auch wieder heiß sein, da wird der eh heiß sein, das ist dann sein Moment. Meiner extrem schnell, wobei bei Meiner, ich weiß nicht, ich glaub irgendwer fällt da auch raus, ich weiß nicht, ob es jetzt Meiner war. Auf jeden Fall kann ich mir extrem gut vorstellen, dass die Kölner da im eigenen Stadion, am letzten Spieltag unter Baumgart mit, wie gesagt, einem der geilsten Bundesliga-Trainer, da irgendwie noch was holen und dann alle auch Köln nochmal abfeiern, zusätzlich, völlig unabhängig, was mit Dortmund passiert und ich meine auch zu wissen, dass Dortmund und Köln so eine Freundschaft haben, also werden die auch da vielleicht nochmal doppelt heiß sein, ich meine, dass die da, die haben da irgendwas, die haben da irgendwas am Laufen, weißt du, und damit tippen wir unser eigentliches Lieblingsergebnis ein, 2 zu 2, also das haben wir heute zum ersten Mal, das ist ja fast schon. Aber Bayern, wie gesagt, wer weiß, vielleicht auch mal auch wieder 4-1-Auswärtssieg, aber jetzt könnte ich mir. 2 zu 2. Es geht ja nur darum, was ich denke, also jetzt könnte ich mir wirklich ein 2 zu 2 vorstellen. Richtig und wichtig, so wird es nämlich sein. Da machen wir als nächstes Gladbach-Aufschwur. Also Augsburg auswärts, Gladbach weißt du nie, was passiert, deswegen verstehe ich auch, es gibt ja nur ein Szenario, wo die in die Relegation kommen können, deswegen verstehe ich aber auch die Angst von Dennis, weil, also Gladbach weiß ja nie, was da passiert. Stindl so, letztes Spiel, haut da nochmal einen rein. Boah. Also ich sehe gerade nicht, dass Augsburg das gewinnt. Auswärts. Wenn es zu Hause wäre, wäre es was anderes. Da würde ich auf Augsburg tippen. Ja. Aber auswärts. Gladbach, ey Gladbach, wann tippe ich denn mal Gladbach richtig? Ich sage, 2-1 Gladbach. Ja, ich bin tatsächlich sogar bei einem 1-1, weil ich auch, aber ähnliche Begründung eigentlich, kann es überhaupt nicht einschätzen, weil halt, was macht Gladbach jetzt? Es ist der letzte Spieltag, reißen die sich nochmal den Arsch auf, für Augsburg geht es definitiv um mehr. Ich kann mir auch vorstellen, dass Augsburg da rein theoretisch was holt. Auf der anderen Seite ist es dann wieder, ja, Gladbach, ne? Also das ist so. Und jetzt neulich wieder dieses 2-0 aufgeholt. Ja, ja. Ich meine, Augsburg wird auch alles reinwerfen, ne? Also vielleicht haben die ja auch irgendwann wirklich keinen Bock mehr, wenn Augsburg richtig eklig spielt und die sagen, ist ja jetzt egal, steht jetzt 1-1, jetzt werde ich mir hier nicht noch die Knochen kaputt machen vor dem Wechsel. Ja, ja, richtig. Ja, 1-1 kann ich eben mitgehen. Dortmund-Mainz. Ich glaube, ist es da überhaupt noch wichtig, da dreidretig? Nö. Das Ding wäre, also so oder so hätte, dann wäre Dortmund da raus. Conference League? Äh, nee, ist glaube ich für Mainz auch. Nee, ist auch raus. Na dann 5-1 Dortmund. Ah, nee, die könnten schon noch also siebter praktisch könnten die, oder? Nee. Nee, auch nicht mehr. Nee, stimmt. Dann 5-1. 5-1? Mhm. Ja, ich hatte 4-0 hier gerade stehen. Also passt. Machen wir 4-1. Also wenn es für Mainz noch um was gehen würde, könnte ich mir auch ein 2-2 vorstellen. Nee, ich nicht. Oder ein 1-1. Ich glaube da, also ich glaube, Dortmund wird so brennen, also die werden da, ich glaube das, also selbst das Gegentor wird schon viel sein, aber da muss man halt sagen, Ajok ist halt da. Ajok. Der kann alles. 4-1 Dortmund, damit gehen wir rein. Da wäre Dortmund Meister, damit wäre ich jetzt schon oben brutal zufrieden. Also das, das sieht schon mal nach was aus. Wieso? Ich habe 5-1 getippt und du 4-0 und jetzt machst du 4-1? Ja, was willst du als Differenz nehmen? Ähm. Jetzt bin ich mal 3-0. 6-2. 6-2. 6-2. Okay, komm, ich tippe 6-2 an. Oder 3-0. Oder 3-0. Mach 3-0, 6-2. 6-2 hat sich geiler an. Ja, komm, lass doch 6-2, hat sich geiler an. Mehr Tore, mehr Action, ist doch gut. Wir haben noch drei Partien, die sind extrem wichtig. Stuttgart gegen Hoffenheim, Bochum, Leverkusen und Leipzig-Schalke. Womit willst du anfangen? Stuttgart gegen Hoffenheim will ich anfangen. Stuttgart gegen Hoffenheim. Willst du aber anfangen zu tippen? Ich sag 3-1 Stuttgart. Im eigenen Stadion. Ich fand das Spiel echt eigenes Stadion. Letztes Spiel. Für Hoffenheim geht es um nichts mehr. Stuttgart zu Hause besser. Stuttgart hat sich richtig Selbstvertrauen geholt durch das 4-1. Sehe ich nicht, dass Hoffenheim da jetzt so über sich in so einem vermeintlich unwichtigen Spiel weiß es nie. Vielleicht spielen sie völlig frei auf und Grammaritsch macht drei Buden. Aber ich sag 3-1 Stuttgart. Ja, gehe ich 1-1 mit. Ich habe auch 3-1 hier im Gefühl gehabt. Weil ich einfach glaube, dass Stuttgart die werden da alles reinschmeißen. Und guck mal, die haben beim letzten Spieltag auch funktioniert. Das wird vielleicht auch nochmal, ich glaube, dass die da die Bilder auch nochmal einspielen werden. So, weißt du, so dieses wir haben es geschafft mäßig. Kann man, glaube ich, so mal eintippen. 3-1 Stuttgart. Und dann gehen wir rüber zu Bochum gegen Leverkusen. Da fange ich mal an. Und ich sage, Leverkusen gewinnt die Nummer mit 3-1. Ich glaube, dass die alles reinschmeißen werden, Leverkusen, um diesen Europa-League-Platz wenigstens jetzt noch zu verteidigen. Und da, auch wenn Bochum das da entgegensetzt und natürlich auch alles reinschmeißen wird, ist ja ganz klar, sag ich halt eben trotzdem, dass Leverkusen gewinnt, weil Leverkusen einfach die viel, viel höhere Qualität hat. Die sind in nichts mehr drinne sonst. Und ich glaube nicht, dass die das jetzt verspielen am letzten Spieltag. Zumal Bochum auch nicht weit weg ist von Leverkusen. Und ja, Leverkusen ist ja auch immer Bayer und alles ist ja auch gar keine Frage. Aber, weiß ich nicht, ob ihr es mitbekommen habt, auch bei dem Europa-League-Spiel, was die auch für einen Fanmarsch gemacht haben und so. Da werden schon viele Leverkusener am Start sein. Genau. Und das darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, dass da die Stimmung absolut krass sein wird. Und ja, ich glaube, dass Leverkusen 3-1 gewinnt. Ich glaube auch, dass Leverkusen gewinnt. Ich glaube, es wird ein torreiches Spiel, wo Bochum genau das machen kann, was sie gut können, nämlich umschalten. Und deswegen wird Leverkusen auch zwei Gegentore kriegen. Wie gesagt, 3-2 Leverkusen. Und ich glaube sogar, Bochum führt. Dann tippen wir 2-1 Leverkusen ein. Na gut. Damit wäre Leverkusen 6-Star. Und jetzt kommt es... Für die geht es einfach um zu viel. Sonst haben die eine Saison ohne internationale Beteiligung jetzt. Boah, jetzt wird es lustig. Schalke. Schalke gegen Leipzig. Was sagst du denn? Ohne Jens. Ja. Unentschieden reicht für Platz 16. Tja. Was macht Leipzig jetzt? Wollen die durchziehen? Stellt ja genau die Aufstellung auf wie letztes Spiel und wie dann im Pokalfinale. Ist ja genau ein Wochentakt. Was machst du dann als Trainer? Willst du, dass sie im Flow bleiben oder willst du jetzt anfangen zu schonen? Eigentlich schonst du nicht, oder? In so einem Spiel, wenn du eine Woche Abstand hast, da schont man nicht. Eigentlich nicht. Aber es geht halt auch um nichts mehr für die, ne? Ich glaube, dass die aber wechseln werden früh. Also die werden deine Leute herausnehmen vielleicht auch noch. Also ein Unentschieden ist nicht unmöglich. Ich denke mal, ich weiß jetzt nicht, wie viele, aber ich glaube schon, dass Schalke das Stadion da einnimmt. Für die Leipziger geht es ja um nichts mehr. Ich kann mir schon vorstellen, dass die sich da viele Karten organisieren. Tja. Es ist echt schwer zu tippen, muss ich sagen. Weil, also, wenn die jetzt, wenn die, ich weiß nicht, was die für einen Spirit in der Mannschaft haben. Wenn die so einen Spirit haben, dass sie sagen, Alter, wir wollen jetzt hier im Flow bleiben und die weghauen vor dem Frankfurtspiel. Leipzig unter Rose auch einen richtig krassen Schnitt an. Würde ich normalerweise sagen, 4-1 für Leipzig. Aber dadurch, dass es um alles geht, kann ich mir auch einen Unentschieden vorstellen. Was sagst du denn? Ich sag 2-1 Schalke. Was? Ich sag, die Schalker werden da mit Übermentalität und das Stadion wird gefühlt halb blau sein. Ich glaube, dass die das Spiel gewinnen werden. Trotz der Leipziger Qualitäten. Ich bin auch bei allen bei dir, was du gesagt hast. Aber ich glaube einfach, dass diese Mentalitätsgeschichte am Ende werden die das holen. Ich meine, gegen euch waren die auch nicht komplett überragend zu Hause, ne? Nein. Ich finde auch, dass Leipzig durchaus schlagbar ist und da muss man halt eine Sache wirklich festhalten für die, die das auch vergessen. Für Leipzig, in Anführungszeichen, geht es da jetzt wirklich um nichts mehr. So, Schalke wird da alles reinschmeißen. Ich glaube, dass die Schalke das machen. Ich sag 1-1. Aber kannst du dir auch so was eintippst? Ja, ich tippe 1-1 ein. Stimmt, gegen euch haben die zu Hause auch nicht so krass gespielt. Stimmt. Ja. Und guck mal, wir haben defensiv komplett alles dazu gemacht. Wenn Schalke die Ausflüge nach vorne noch schafft mit so einem Böhler zum Beispiel, kann ich mir das schon vorstellen, dass da vielleicht was geht. Tippen wir 1-1 ein. Vielleicht ist auch ein anderer Torwart noch drin. Ich weiß nicht, vielleicht fährt man sogar wieder zurück. Das bringt ja denen auch nochmal einen Push in dem Sinne von, was er auch, also was er für eine Art einfach hat. Nicht mal jetzt, weil ich sage, dass die alle Angst haben vor das Schwule und Ball nicht hält, sondern weil er einfach eine andere Art mit reinbringt nochmal. Absolut. Und da blende ich gerade die Tabelle auch mal ein. Damit wäre, erstmal oben, gucken wir rein, Dortmund, Tabellenerster mit 73 Punkten, 4 Punkte Abstand auf Bayern. Leipzig auf 3, Champions League, Union Berlin, Champions League, Freiburg in der Europa League, ebenso wie Bayern 04, Leverkusen, Europa League, je nach Pokalsieber, Wolfsburg in der Conference League, je nachdem, dann 8er Frankfurt, 9er Mainz, 10er Köln, 11er Gladbach, Werder Bremen auf 12, Stuttgart auf 13, auf 13, nach diesem Tipps, Hoffenheim auf 14, die hätte ich hier echt lieber weiter unten gehabt, er leckt mir mal. Augsburg auf 15, wir haben den Punkt gegeben, wir haben den, ja, wir haben das Unentschieden gegeben, das kann je nach Verlauf auch nochmal enger aussehen, rein theoretisch, aber hier werden sie, nach unserem Tipps, selbst wenn wir in der Niederlage auf 15, also nicht abgestiegen, auf 16, Relegation, Schalke, Schalke stand dann, Relegation gegen Hamburg und auf 17 mit runtergehen, würden Bochum und dann eben Hertha. Das ist die Tabelle. Was sagst du? Tja, kann ich nicht mitleben, muss ich aber mitleben. Was soll ich dazu sagen, Bratan? Ich glaube, das könnte durchaus so kommen. Ja, ich kann es mir auch tatsächlich so vorstellen, aber, boah, das wäre aber auch, das wäre auch eine Relegation, ey, Scheiß, die waren es an Schalke, Hamburg. Naja, gucken wir mal, lassen wir uns mal überraschen, was das Ganze wird. Schreibt ihr auf jeden Fall gerne auch mal eure Tipps, wenn ihr es auf YouTube gerade seht, unten in die Kommentare rein. Das kann nur extrem spannend werden, muss man mal so festhalten. Wahnsinn. Das wird richtig spannend, außer bei uns in Wolfsburg. Ja, bei uns, ja, ach ja, doch bei uns wegen Union, ja. Ich wollte gerade sagen, bei uns ja eigentlich auch nicht, aber vollkommen. In Wolfsburg geht es ja noch um was, aber, ja. Basti schreibt auch gerade rein, die könnte ich für wenigstens ein Derby behalten. Ja, da geht was, da geht dann noch was, muss man mal gucken. Lucky Pantelic hat auch gerade eben nochmal 100 Bits reingehauen und schreibt, Schalke geht mit uns runter. Ja, haben viele gerade getippt, Sehr viele haben getippt, Schalke geht mit runter. Aber, ja, wir werden es sehen. So werden die auch noch gar nicht gerettet, wäre ja Relegation, ne, also von daher, da geht ja auch noch einiges. Ja, hast du schon deinen Streamerino angemacht? Den habe ich angeschmissen. Wunderbar, da gucke ich mal, ob du mir schon angezeigt wirst. Ich muss das echt immer eingeben. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Verschwendete Energie. Freunde, ich verabschiede mich schon mal, dann kann ich nämlich mir noch schon mal ein Teechen machen. Ja, mach das schon mal. Danke für den Talk, Diggi. Wir sehen uns ja sowieso morgen und die Tage und so weiter und so fort. Ciao, ciao. Danke an alle, die dabei waren von meiner Seite. Nico bedankt sich auch gleich nochmal. Hat mir wieder viel Spaß gemacht, auch mit Dennis. Liebe Grüße nochmal an den lieben Dennis. Sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner, ich will ihn ja nochmal einladen, Nico nicht. Und wir sehen uns. Ciao, ciao. Ja, schreibt unbedingt mal Gäste rein, die wir noch einladen sollen. Ist ja ganz klar. Jetzt muss ich hier auch noch rüberschwanken, weil der rausgegangen ist. Anstatt die Kamera noch stehen zu lassen, weißt du, das sind mir die Richtigen hier. Ja, danke für diesen super geilen Talk. Ey, von Herzen nochmal Dankeschön auch an Kaminski für diesen Riesensupport. Weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Danke euch allen, dass ihr so zahlreich zugeguckt habt. Es hat mega viel Spaß gemacht. Wir waren ja richtig, richtig viele Leute heute hier am Start. Freut mich total auch, dass immer mehr neue Leute hier auch noch mit dabei sind und so viele auch bestehen bleiben. Auch, dass dieser Kanal so wächst, sowohl bei Twitch als auch eben bei YouTube. Unser Bundesliga-Kanal, dieses Projekt, was wir hier begonnen haben, ist echt ein Herzensprojekt. Super, super geil. Ganz viel Liebe geht raus. Danke an alle, die auch hier den Stream-Flight unterstützt haben, an jeden Chatter. und dann tue ich jetzt schon mal den Raid beginnen zu Felicio. Wünsche euch einen wunderschönen Abend. Kommt super gut weiter durch die Woche und diesen Talk gibt es dann im Nachhinein morgen in voller Länge nochmal auf YouTube und jetzt ganz viel Spaß bei Felicio unterstützt. Mein Bruder, Küsschen aus Nüsschen.